Können wir Ihnen sonst irgendwie helfen, Herr Professor Esholam? Vielen Dank. 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 Ja, im Endeffekt. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr, Vielen Dank. Ja, ja. Das war mal ganz mal. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hören Sie mich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hatte im Badezimmer, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das war ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist heftig. Also, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. eine gute Menschenkenntnis. Was heißt abgesägt? Es sind prinzipiell einfach Geschäftskontakte auseinandergegangen. Da arbeitet man unter Umständen dann in bestimmten Bereichen einfach nicht mehr miteinander zusammen. Mir ist nur wichtig, mir ist nur besonders wichtig, dass ich sicher bin, dass sie mich trotzdem bestmöglichst verteidigen. Ich kann natürlich verstehen, wenn sie da Stress haben mit ihren Arbeitspartnern, die können ja ein paar Dollar draufpacken auf deren Rechnung. So kann man so welche Leuten das auch immer schön heimzahlen. Ja, mir geht es tatsächlich nicht ums Geld. Davon habe ich tatsächlich genug, wissen Sie, was ich meine? Ja, das weiß ich, verstehe ich. Aber ich habe aber auch einen Hof zu verlieren, wissen Sie? Ja, klar. So, also, ich habe durch meine Kontakte einige Leute ja kennengelernt und ich habe schon ein bisschen mich umgehört. Und zwar folgendes. laut meines Wissensstandes, so wie ich die jetzige Gesetzeslage hier durchgearbeitet habe, ich habe mir ein paar Gesetzbücher geholt, ich habe ein bisschen was zur Staatsgeschichte durchgelesen, ist es ja so, dass an oberster Stelle die Richter stehen. Auch in diesem Staat. Und sie in dem Sinne eine Art Exekutivgewalt haben und Anweisungen auch gegenüber der Judikative und der Exekutive zu Fällen oder zu Personen treffen können. Oder habe ich das falsch verstanden? Dann füllen Sie erst mal aus. So. Die Situation, die ich Ihnen beschrieben habe, die ist echt. Da ist kein Wahn oder so irgendwie drin, auch wenn es so wirkte. Das ist für mich einfach nur wahnsinnig überfordernd gewesen. Und jetzt, nachdem ich ein bisschen entspannter bin, und meine Nachbarin hatte da so Brownies mir gegeben, und seitdem bin ich sowieso völlig entspannt. Ah ja. Oh ja, aber ich konnte, ja. Ja, okay. Die sollen gut sein. Oh, ich hatte auch noch Hunger. Wissen Sie das? Auch noch? Ja, das hatte ich auch noch. Ich habe eine ganze Tüte Chips gegessen. Oh, war nicht geil. Solange die nicht ansetzen, passt das. Naja, aber wenn man sich so ein bisschen runterkommt und ein bisschen darüber nachdenkt, ist es eigentlich ganz einfach. Also wenn ich jetzt hier morgen um die Ecke komme und ich tot bin, dann ist das so. Ja gut, aber das will ja keiner. Ja, natürlich will das keiner. Aber ich kann das ja auch nicht verhindern. Ich kann nur das Bestmöglichste aus meinem Leben und aus meiner Lebenszeit machen. Ja. So. Ich glaube, also nach meinem Wissen, gibt es Programme für Menschen, die substanzientuellen Schutz brauchen, weil sie von Terrorregime oder Kriminellen verfolgt werden. Und sowas könnte theoretisch ja ein Richter festsetzen. Ja. Jetzt die Frage folgendes. Wenn Sie jetzt als Anwalt an einen Richter herantreten und Ihnen da um ein Gespräch bitten, ist das möglich? In der Theorie ist das möglich, aber oftmals ist es hier im Staat tatsächlich so, dass je nach Fall, je nach Brisanz, das auf die zuständige Instanz übertragen wird. Und tatsächlich ist der Paragraf 49, das ist ja der größte Tatverwurf bei Ihnen, liegt im Bereich der Staatsanwaltschaft. Gut, jetzt ist natürlich die Frage aufgrund der besonderen Situation, ob man da nicht trotzdem einen Richter zuschalten kann und sagen kann, gut, das ist die und die Situation ist im gestelligen Antrag, dass ein Richter sich dieser Sache anlegt. Und das ist unmöglich oder nicht? Ja, prinzipiell ist alles möglich. Die Frage ist, ob das durchgeht. Ich muss tatsächlich sagen, an dem Abend habe ich versucht, auch den Staatsanwalt, der dann zu uns gestoßen ist, zu übergehen, einfach um seine Vorgesetzte, die eigentlich ein Ansprechpartner für mich war, in ganz speziellen Fällen dazu zu holen. Und sie hatte mir eigentlich an dem Abend zugesagt, dass sie doch kommt und den Fall übernimmt, weil ich sie kurz gebrieft hatte mit den Informationen, die sie mir gegeben haben. Ja. Und selbst das ist nicht passiert. Gut, Frage. Was ist, wenn wir jetzt zusammen zum DOG, heißt es, glaube ich, der Spaß hier? Die Department of Justice. Genau, dahin fahren, weil ich gerne ein Gespräch mit einem Richter führen will. Kriegen Sie das eingefädelt? Ich glaube, ich kann ihm gut, vielleicht kriegt er es ja hin, der Richter, dass er sich vom Homeland die Akten geben lässt und sich dann, wenn ich den Namen der Kontaktperson aus Dänemark, die mir diese Identität verschafft hat, Frank Sorico, dass er sich die Akte holt, dass er eventuell ein anderes, ich glaube, mein Leben ist in Gefahr, wenn ich in dieses Gefängnis muss. Weil, nochmal, die haben überall ihre Leute, davon gehe ich weiterhin voll aus. Ich mache mir da jetzt nicht wild, ich mache mir da jetzt keine Angst und passe einfach auf. Aber es ist so, wenn ich da reingehe und irgendwer von denen kriegt Geld oder was und der steckt mir ein Messer in den Rücken. Mal ehrlich, sowas passiert im Knast. Irgendwie schmuggelt man immer irgendwas rein und es gibt auch Menschen, die die unterstützen und das ist einfach üblich in so einem System. Deswegen würde ich gerne ungern in den JVA zu gehen. Also in den JVA gehen. Deswegen wäre es für mich eigentlich lieber, wenn wir versuchen, mit einem Richter zusammen zu klären und beziehungsweise einen Weg zu finden, dass man das anerkennt und das sich verifizieren lässt. Ich hoffe, dass diese Person da mitspielt. Wie gesagt, ich fliehe vor diesem Kriterium. Wie gesagt, ich habe nur gesehen, wie jemand den Kopf abgeschnitten hat. Was da noch passiert ist, keine Ahnung. Aber ich habe mir das natürlich auch schon durchgespielt für so einen einfachen Mord. Warum sollte man denn da mich über Kontinente jagen? Ja. Aber vielleicht war da ja irgendwas, was ich hätte nicht sehen sollen. Wie gesagt, Gefahreneinschätzung und eins zu eins zusammenzählen. Irgendwas muss davor sein, was die denken, was wir gesehen haben, ich und mein Bruder. Ja. Was wir hätten nicht sehen dürfen. Nachvollziehbar. Es gab auch schon Situationen, wo die Staatsanwaltschaft im Endeffekt mehr oder weniger ein Verfahren dieser Art auch eingestellt hat. Wenn das von Ihnen gut genug geschildert wird. Die Staatsanwaltschaft selbst hat schon einige Möglichkeiten, Verfahren dieser Art anders zu regeln, außer über eine Inhaftierung. Das gibt es. Aber in den 13 Monaten, wo ich hier tätig bin, habe ich das tatsächlich erst ein einziges Mal gesehen. Vielleicht bin ich die zweite Person, wo wir schaffen. Deswegen ist jetzt, denke ich, die Frage besser, ob wir den Richter, ob wir die Staatsanwaltschaft übergehen. So wie Sie es ja wohl schon mal versucht haben, weil Sie wohl der Person da nicht vertrauen. Und ich versuche, einen Richter diesen Fall zu schildern, der dann ja auch eine gewisse Entscheidungsvollmacht hätte, was zu tun. Ja, also prinzipiell ist das möglich. Die Frage ist, ob wir dann noch weitere Möglichkeiten haben, in andere Instanzen zu gehen. Also wenn der Richter jetzt sagt, er lehnt das ab, dann wird das schwierig. Nee, aber die Gefahr, wenn die Staatsanwaltschaft da involviert ist, dass dann das eher abgelehnt wird, als wenn Richter ruhig und sachlich diesen Fall schildern und ich nicht so wie vor ein paar Tagen völlig durch den Wind bin und manche Sachen dann einfach auch doppelt erzähle oder in der falschen Reihenfolge. Also ich kann Ihnen meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Ich kann Ihnen auch erzählen, warum ich fliehen musste. Ja gut, die Frage, die jetzt so im Raum steht, ist natürlich, also wenn wir die Staatsanwaltschaft übergehen, also wenn wir das nicht machen, dann haben wir keine weiteren Rechtsmittelmöglichkeiten mehr. Also wir können dann praktisch, also wir müssten gucken, welchen Richter wir dann bekommen. Wenn das der Chief Justice selber ist, dann gibt es keine weiteren Möglichkeiten, eine nächsthöhere Instanz anzurufen. Bei der Staatsanwaltschaft ist das so, selbst wenn die Staatsanwaltschaft jetzt zu dem Ergebnis kommen würde, das nicht so zu sehen, wie sie das schildern, dann hätten wir Rechtsmittel und die würden dann sowieso über einen Richter geprüft werden. Gibt es sowas wie ein Chief Staatsanwältin? Es gibt normalerweise einen Generalstaatsanwalt, ja, aber aktuell, ich weiß nicht, ob es ein neuer berufen worden ist. Ja. Es gab einen, der ist aber zurückgetreten und seitdem ist mir das nicht bekannt. Es gibt, glaube ich, Oberstaatsanwälte noch. Das ist praktisch eine Stufe unter dem Generalstaatsanwalt, bis der dazu berufen wird. Oder Generalstaatsanwältin, je nachdem. Ja. Das gibt es, aber mir ist jetzt aktuell keiner bekannt, dass der neu berufen worden ist dazu. Bedingt habe ich die Gefahr, dass wenn da ein junger Staatsanwalt, der wenig Erfahrung hat, beziehungsweise mit solchen Fällen keine Ahnung hat, einfach zu hohe Wellen schlägt, wie Sie schon sagen. Ich glaube, es sollten einfach möglichst wenig Leute Bescheid wissen, damit es eben nicht zu viele Leute mitbekommen. Jetzt ist die Frage, wenn Sie jetzt den Chief Justice, die kennen Sie ja hoffentlich ein bisschen schon, oder? Oder ist der auch erst neu berufen worden? Nee, nee, nee. Der ist, äh... Wenn Sie jetzt mal Ihre Fälle in der Vergangenheit mit dem sehen, ist das ein Legit, eine Legit-Person oder ist das eher so ein Typ, der je nach politischen Interessen entscheidet? Also, schwer zu sagen. Es gab Situationen, da musste ich mir selber an den Kopf fassen, bei den Entscheidungen, die die Chief Justice getroffen hat. Am Ende ist das aber so, in einem Rechtsstaat, er ist die letzte Instanz und wenn er entscheidet, dann entscheidet er. Aber sie waren teilweise fragwürdig, auf der anderen Seite hat man in einigen Momenten aber auch bei ihm Engagement gesehen. in bestimmte Fälle so korrekt wie möglich abzuschließen. Kennen Sie eine Staatsanwältin oder einen Staatsanwalt, wo Sie sagen würden, da wäre es möglich und auch gut, mit denen vorher drüber zu reden, wenn Sie das in Ihrem Plan sozusagen so sehen, dass wir uns erst an eine Staatsanwalt bis zur Staatsanwältin wenden? Ja, eigentlich schon, aber wie gesagt, an dem Amt dachte ich, dass das so wäre, aber aufgrund der Ablehnung, wie gesagt, die Staatsanwältin, die ich im Auge hatte, die hatte mir am Telefon zugesagt, sich um den Fall zu kümmern und als der Staatsanwalt dann da war, hat er mir gesagt, nee, sie hat doch abgelehnt. Also nein, ich kann hier aktuell keinen Staatsanwalt empfehlen. Gibt es Befangenheit gegen Staatsanwälte? In der Theorie gibt es das, ja. Müssen wir nachweisen können, wo aber die Befangenheit liegt. Wir müssen das ja begründen, einfach zu sagen, wir sehen ihn als Befangenrecht nicht. Ah ja, die Sache mit dem Schlag, die ich abbekommen habe von dieser Polizistin, die war ja auch mit am Einsatz beteiligt. Ja gut, aber das... Er war ja auch dabei und ich habe das ja... Der Staatsanwalt war auch dabei? Nein, nein, nein. Als ich da unten saß und dann gesagt habe, ich möchte jetzt aber gerne die Möglichkeit bekommen, in die JVA überstellt zu werden, weil hier die ganze Zeit festgehalten zu werden in der Nähe von dieser Polizistin, da fühle ich meine körperliche Unversehrtheit in Gefahr. Ja gut, aber dazu müsste im Endeffekt auch erst der Antrag gestellt werden, dass wir diese Person auch anzeigen. Das ist auch blöd, ich glaube, das ist ja kontraproduktiv, die Unikativ anzuzeigen. Ja, also das ist nicht unmöglich. Ja klar. Gab es in der Vergangenheit sogar schon. Ja. Wie weit man damit kommt, das ist tatsächlich die interessantere Frage. Wenn man jetzt ein, erst mal ein völliges, neutrales Gespräch ohne irgendwelche Absichten, also grundsätzlich, man möchte gerne eine Rechtsfrage mit einem Schiefstast erläutern, ohne ein, ohne den Fall jetzt explizit zu besprechen, ist dafür sowas auch zu haben. Also soweit ich weiß, gibt es irgendwelche Richtersprechstunden? Ja. So soll es geben? Habe ich selber nie in Anspruch genommen, bin ich ehrlich. Ja. Haben Sie die Kontaktdaten zu dem Richter? Es gibt eine Durchwahl, die 924. Weil sonst kann ich ja eventuell als Bürger, da versuchen mich zu melden und erst mal abzuklopfen, was in so einem Fall ein Richter tun würde. Und dass man dann eventuell, wenn ich so merke, okay, der Richter ist grundsätzlich für sowas offen, dann sie dazu ziehe und wir versuchen über ihn dann das durch, nicht durchzuboxen, sondern sagen wir es mal so, ihnen das vorzutragen. Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass dieser Herr Speck da, das Gefühl, ich glaube, der will mich, ich glaube, der will mich, der will mich kriegen. Der will sich profilieren mit mir. Ja, ich glaube, es liegt nicht mal an dem Staatsanwalt. Es geht einfach um den Druck, den die Justiz hier tatsächlich vom LSPD hat. Und sie ist nicht in der Lage, sich davon frei zu schaufeln. Sie wird zugedeckt im Endeffekt von der Meinung des LSPDs. Und das ist das Problem. Sie sind einfach nicht in der Lage, hier im Staat als Justiz sich davon, wie gesagt, frei zu machen und unabhängig zu agieren in den meisten Fällen. Man hat immer diesen auf jeden Fall Beigeschmack, dass hier, ja, also es gibt Länder, da sagt man, eine Krähe hackt der anderen Krähe die Augen nicht aus, wissen Sie? Ja, ein Staatsanwalt, der sich die Exekutive kaputt macht, wäre ja auch blöd, die müssen ja einfach auch regelmäßig zusammenarbeiten, wenn es um Beweisführung geht und Zeugen befragen. Ja, aber trotzdem, aber trotzdem muss sie neutral bleiben. Ja, selbstverständlich. Ich halte auch sehr viel von der Gewaltenteilung. Auch ein Staatsanwalt muss erstmal gucken, ob er, also hier im Staat ist es tatsächlich sehr häufig so, dass immer nur versucht wird, die Schuld festzustellen. Die Grundaufgabe eines Juristen ist es aber auch und da spielt es keine Rolle, ob er Staatsanwalt oder Rechtsanwalt ist, die Unschuld beweisen zu können. Ja, also das ist auch im Aufgabenbereich der Staatsanwaltschaft. Also hier geht es nicht immer nur darum, die Schuld festzustellen, sondern auch unter Umständen die Unschuld. Und das wird außer Acht gelassen in den meisten oder nenne ich in den meisten, in sehr vielen Fällen, anders formuliert, ja. In sehr vielen Fällen wird hier nicht versucht, die Unschuld bei jemandem festzustellen, sondern ausschließlich die Schuld. Und da sehe ich tatsächlich den größten, ja, auch Rechtsbruch laut meinem Empfinden und in anderen Staaten, wie gesagt, ist das eigentlich gang und gäbe, aber hier vermisse ich das sehr häufig. Und das habe ich auch schon gehört von mehreren Leuten. Deswegen war mein Gedanke, deswegen habe ich sie auch heute angerufen. Ja. Nachdem ich mir ein bisschen mit meinem Rad und mit Mann dann den Kopf freigemacht habe, dass man, deswegen die Staatsanwaltschaft übergeht, die einfach einen sehr engen und regelmäßigen Kontakt hat mit der Exekutivbehörde, in dem Sinne des LSPD und man dann sozusagen sich direkt an die Wände und mit ihnen dann sozusagen das Gespräch führt. Okay, also jetzt nochmal für mich. Was erhoffen Sie sich nochmal von dem Gespräch mit dem Richter? Also er soll... Verständnis, er soll... Ich würde vorher abschecken, ob er überhaupt für so einen Weg beziehungsweise für Schutz vor verfolgten Personen überhaupt... Ja, ob er Engagement zeigt. Ob er auch da sagt, ja, das ist ein Anliegen von mir und das ist mir wichtig, dass auch so welche Menschen Schutz bekommen. Naja, ich würde das so ein bisschen wie so eine Bürgerpresseanfrage verpacken. Ich muss ja nicht meinen Namen damit da reingehen. Ja. Und wenn er dann in diesem Gespräch symbolisiert und signalisiert, ja, das ist mir wichtig, dann würde ich sagen, ich kenne da einen Fall und zwar meinen Fall und ich würde gerne einen Anwalt dazuziehen und ich würde sie bitten, sich mein Anliegen anzuhören. Und dann gemeinsam mit ihnen zu versuchen, ihn davon zu überzeugen und ich glaube, wenn das kein völlig korrupter Richter ist, der nur Staatsinteressen folgt, hoffe ich, dass er da dann einlenkt und eventuell auch uns unterstützt, da was hinzubekommen. Weil ich glaube immer noch, dass eine neue Identität ja auf Dauer für meine Sicherheit einfach der bessere Weg. Ja. Weil ich möchte einfach in Frieden leben. Ich möchte einfach nur keine Probleme haben. Ich möchte gerne für das Kartell tot sein. Ich denke, ja. Also wie gesagt, für mich völlig nachvollziehbar. Rufen Sie doch einfach mal die 9-2-4 an. 9-2-4. Schauen Sie mal, ob da jemand rangeht. Müsste die Richterschaft sein. Ja. Oh Mann, ob ich Glück habe. Ja, schönen guten Tag. Geht sich um Folgendes. Ist zufällig ein Richter im Haus. Im DOJ und wer für eine Bürgeranfrage zu haben. In der Viertelstunde. Das klingt doch gut. An wen soll ich mich denn wenden, wenn ich dann am Sekretariat frage? Richter Kurth. Sehr gut. Kohl. Sehr gut, Herr Kohl. Ah, danke schön. Dann weiß ich Bescheid. Danke schön. Sagt Ihnen der Kohl etwas? Ja. Ist zu dem Ihre Meinung? Das ist ein Sachverständiger auf jeden Fall, ja. Also der hat Hintergrundwissen und der hört sich auch einige Sachen an mit Brisanz. Ja. Also jemand, der sich gerne profiliert. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall ist es nicht so. Er muss sich nicht profilieren. Okay. Er kennt seinen Stand. Ja gut, sagen wir mal gesellschaftlich. Ich kenne Juristen, ich kenne Polizisten. Bitte verzeihen Sie die Ausdrucksweise, Shalom. Aber die geilen sich gerne daran auf, wenn sie mal wieder was richtig cooles gemacht haben, wo sie von ihren Kollegen prahlen können. Ja, aber ich glaube, in den Fällen ist das, also die Richterschaft muss ich hier so ein bisschen rausnehmen, nach dem, was ich halt wie gesagt auch vorhin ein bisschen kritisiert habe. Das hat nichts damit zu tun, dass sie sich profilieren, sondern es fehlt einfach genügend Berufserfahrung. Deswegen aber jetzt der Gedankengang, wenn der Herr Kohl jetzt zeigt, okay, der hat der Verständnis für die Situation, dann würde ich das folgendermaßen machen und dann würde ich sie dann sind sie heute Abend noch, werden sie heute Abend noch für so ein Ich werde erreichbar, natürlich. Okay, weil dann würde ich sie dann sofort, wenn das ist, sie informieren, wenn er dann was zeigt, weil ich glaube, es ist eine Möglichkeit, wie gesagt, ich habe nichts getan, ich habe niemanden umgebracht in diesem Staat, ich habe kein Verbrechen begangen. Ja, laut Gesetze, also nochmal, damit wir uns hier richtig verstehen, ich verstehe Ihre Argumentation, aber das Rechtssystem sieht das tatsächlich ein bisschen anders und juristisch gesehen haben sie hier eine Straftat begangen und zwar halten sie sich hier illegal auf und das ist die Straftat nach dem hiesigen Gesetz, was in einem anderen Land passiert ist. Wie gesagt, mir brauchen sie das nicht erzählen, es ist nachvollziehbar für mich, aber die Justiz sieht das hier so, das ist trotzdem erst mal der Tatvorwurf, der im Raum steht und das war ja nur einer, dann ging es ja noch um ein bisschen mehr Was denn noch? Ging es da nicht irgendwie um Diebstahl und Bedrohung? Diebstahl? Warte mal, ich muss mal kurz mit beschreiben, was mir überhaupt vorgeworfen wird. Also, Diebstahl? Ja, war da nicht Diebstahl von diesem Auto, in dem sie da gesessen haben? In irgendeinem Abschleppauto oder irgendwie sowas? Ich erzähle denen die richtige Geschichte dazu. Also, der stand offen auf der Straße rum und ich wollte denen meinen Auftraggebern schenken. War dumm. Ich wollte, ich kann nicht so als Verbrecher denken. Ich dachte, das wäre cool, wenn man denen das Ding schickt. Wir haben ja einen Helikopter gleich und einen Streifenwagen und die, aber die können nicht nachweisen, dass ich das Ding geklaut habe. Okay, gut, aber wie gesagt, das ist das, was mir vor dem Officer an dem Abend gesagt worden ist. Also, wie gesagt, Diebstahl stand im Raum, Beleidigung, Bedrohung und illegaler Waffenbesitz. Oh, Waffenbesitz, okay. Weil sie ein Kampfmesser tatsächlich dabei hatten. Das habe ich auf so Gebüsch gezogen, steckte da in diesem Haus, wo ich da war, im Garten drin. Also wie gesagt, ja, aber das sind trotzdem die Tatverwürfe, die im Raum stehen und die natürlich noch auf die illegale Einreise beziehungsweise den illegalen Aufenthalt nochmal oben drauf kommen. anzuschwitzen. Ja, aber wie gesagt, der kritische Punkt ist tatsächlich der illegale Aufenthalt oder die illegale Einreise. Okay, gut. Also, dann würde ich es folgendermaßen machen. Ich weiß noch, was jetzt geht. Ich glaube, also die Beleidigung und so, das begründet damit, dass ich gar nicht mit meiner Identität auffliegen wollte. Deswegen ich diese Identität von diesem einen Polizisten sage ich, ich werde nichts von unseren Freunden weiter erzählen. Ich glaube, das wäre schlau, weil ich glaube, die sind ihre Freunde, meine ehemaligen Geschäftspartner. Ja, damit wir das festhalten. Okay, dann halten wir das auch mal fest. Gut, wie gesagt, Sie wissen, wie die drauf sind. Ich habe bei denen einige Sachen gesehen, auch im Bereich Waffenhandel. Das kann ich Ihnen dann ja im Vertrauen sagen. Wie gesagt, wenn Sie mir daraus helfen, werde ich mich auf jeden Fall erkenntlich zeigen. Also wie gesagt, ich kann nur mein Bestes geben. Ich weiß, wenn Sie ihr Bestes geben, das werde ich ja sehen. Ich habe ja selber drei Jahre studiert und bis jetzt war ich sehr zufrieden mit Ihnen, Herr Schalom, deswegen habe ich mich jetzt auch in diesem Fall wieder an Sie gewendet und wollte auch Sie weiterhin haben und ich diesen Herr Gold baue. Okay, also wie gesagt, freut mich, dass Sie mir da dieses Vertrauen schenken. Ich hoffe, dass ich Sie da auch nicht enttäusche. Ach Herr Schalom, Sie können nur das tun, was möglich ist. Richtig, aber das muss man halt auch erkennen und ja, also wie gesagt, machen Sie da den Termin. Ja, ich fahre jetzt zu dem Herr Gold, also zu dem Herr Kohl hin, der war wohl recht. Wissen Sie, wo die Justiz ist? Oben bei diesem bunten Park aus in der Nähe. Genau, also da einfach weiter nach Norden, also die Hauptstraße einfach geradeaus, weiter auf der linken Seite dann. Perfekt. Gut. Genau, auf der linken Seite, ja. Also, wenn der offen ist und ich merke, okay, das wäre möglich, dann rufe ich Sie an. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem raushandeln können. Okay. Super. Perfekt. Aber schönes Büro, Herr Schalom. Ja. Ja. Sehr modern, gehalten. Hat was. Ja, hier werden tatsächlich die kleineren Kreditverträge gemacht. Und wie viele Leute zahlen auch wirklich ihren Kredit zurück? Tatsächlich haben wir gar nicht so viele Leute, die das in Anspruch nehmen. Die meisten Leute sind tatsächlich immer drauf an, direkt zu verkaufen. Ja. Ja, ich mache mal auf. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, wenn es gut klappt, bis später, wenn nicht, spätestens Montag. Richtig. Aber Sie können mir trotzdem einfach mal ein Feedback zurückgeben. Mach ich, mach ich. Und sagen, wie es rausgeht. Ich grüße Sie an, Herr Schalom. Perfekt. Gut, ciao. Schönen Abend. Dass noch ein Richter da ist, finde ich super. Nexus-Faarer, ja, aber das ist halt cold und Shepard. Das sind halt zwei Richter. Und wir haben den Kopf voll. Glaube ich. Muss ich gerade mal gucken. Wir müssen ja eigentlich den, den Goldbaum noch mal anrufen. Achso, jetzt erst mal hier die Nummer speichern. So, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ist er nochmal? Frank, oder Frank? Frank? Frank. Frank. Sehr. Nico. Bei zwei Richtern ist das ja, der den Superarm das einer Zeit hat und auf das FP eingeht. Richtig Nexus-Faarer. Also, wie gesagt, ich mache den auch nie einen Vorwurf, ja, also, das ist nicht falsch zu verstehen, aber es ist halt, also das System, das System hier, ja, dieses Justizsystem, es steht auf Streichhölzern, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, das ist, ähm, immer kurz vorm Wegknacken. Ja, also, wenn da eine Säule wirklich bricht, dann, dann bricht das hier völlig zusammen. in der Vergangenheit haben wir das gesehen und das ist so die Problematik, die wir hier haben, ja, ähm, dass einfach zu, dieses System auf zu dünnen Beinen gebaut ist und es ist halt unglaublich, ähm, zeitaufwendig. Also, es frisst und das ist das größte Problem an der ganzen Geschichte, ist dieses System, so wie das hier, äh, gedacht ist, ähm, ist einfach zu viel Zeit für die Leute, die dahinter sitzen und, äh, dieses App hier machen möchten. Was dann im Umkehrschluss bedeutet, äh, du brauchst automatisch mehr Leute, ja, ähm, wenn das alles schneller gehen würde, ähm, dann brauchst du auch nicht die Masse an Spielern, äh, oder Justizleuten, die in der Justiz sitzen und, äh, das bespielen müssen. Aber wenn das halt kompliziert ist, dann, ähm, ähm, bleibt dir nichts anderes übrig, als das zu machen. So, werden uns mal hier hin, damit wir noch ein bisschen zeigen, dass einer am Pfandhaus ist, ne? Aber wir können ja auch mal die Weltstelle, glaube ich. so, 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 Das ist hier eigentlich so eine Liebenanlage, oder was? Ach guck mal da, Haltestelle, Haltestelle. Erdbrauen kariert Lose, was soll denn das sein, Alter? Und das in der Bezeichnung, Erdbrauen kariert Lose. Ein weiblicher, also für Frauen? Und das in der Bezeichnung, Erdbrauen kariert Lose. Wie, ich war nicht eingestempelt? Muschempel. Und das in der Bezeichnung, Erdbrauen kariert Lose. 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 Graue Weste mit Taschenuhr. Ich glaube, das ist das, was ich... End drunter sitzen? Nein. Nein. Odin! Schönen guten Abend! So stelle ich mir Schalom tatsächlich hier drin vor. Genauso. Klasse. 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 Und da. Na. Danke. Klasse. Klasse. Und da. Klasse. 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 mir geht es gut und ich hoffe die auch für arbeiten für arbeiten im empfandhaus und ich bin ich gut geht noch eine dicke goldkette eigentlich ja oder mal gucken vielleicht haben wir ja was da waren wir hier gleich als verkaufs aber muss ich erst mal hinten so gehen wo ich habe eine goldketten und den scheiß zu hause weil hier muss er ja nicht diesen standesgemäßen machen also schalom war ja auch schon mal privat unterwegs mit seinem hoodie und und so weiter war offen sogar goldkette hat bitteschön ja aber kommt scheiße siehst du das ja ist halt schade in dem fall allerdings auch offen jetzt kann man gleich wieder umziehen professor schalom schalom ja ja sind sie doch an ihrem geschäft ja ich habe da neue neuigkeiten die würde ich ihnen dann einmal denke ich überhaupt persönlich als telefonisch rüberbringen ja kommen sie vorbei super bis gleich zählt die frage schalom ist immer noch CEO ja aber das ist ein pfandhaus ja und das ist ja mein laden also mein home und mein castle oder irgendwie sowas ich werde das nicht manchmal so aus besser nur eine weste umziehen als die sache mit den kleidern also ich war ja mal in miami und bin da mal in downtown in eine wechselstube gegangen und die nummer war also diese situation war tatsächlich wie in einem film jetzt kein witz doppelglas tür wie so eine schleuse müsst euch vorstellen dann warst du da drin ein raum in etwa so also so wie jetzt hier das pfandhaus der der eingangsbereich dann war da so ein tresen einmal von links nach rechts komplett durchgezogen mit einer fetten scheibe und dann so ein schiebe ding am tisch wo du was rein und raus gibst ja dahinter ein älterer mann mit so einer schirmmütze und der brille und der zigarette so im mundwinkel im hintergrund ich glaube der lahn war nicht drei meter drei meter 50 hoch bis zur decke gestapelt papiere wir hatten schiebe da habe ich vergessen wie wie dieses matte ding mit diesen kugeln also hier hatte man in der grundschule wo man das kleine wo man rechnen lernt nach den zahlenschieber heißt es zahlenschieber so und ja ich gebe ihm nach 500 euro rüber möchte die dann in dollar gewechselt haben er hat um einen unglaublich geilen kurs gehabt da und ja der holt dann einfach mal wie man es halt kennt so aus der hosentasche dem fetten stapel dollar scheine und gibt die dann rüber und stellt dann da so eine 08 15 quittung aus und sagt schön abend noch rechenschieber also ja genau hier hat gerade nur das wort war nicht sofort da aber ja das war ganz ehrlich und der typ sah aus wie so 08 15 typ hat aber ich glaube also nicht 100.000 dollar in der tasche gehabt also so von der dicke her war das schon krass ja schon abend ich habe mich nur umgezogen der vorteil wenn man hier sein zweites zu hause hat sehr gut ja dann schießen wir mal los da bin ja mal gespannt gesprochen ja er sagt grundsätzlich steht das zwar nicht im gesetz schutz vor in so welchen sachen aber grundsätzlich gäbe es wohl fälle wo der schief justice zugunsten der person entschieden hat ja das heißt wenn nachweislich ein grund da ist diesen weg gegangen also diesen weg gegangen bin und das auch wirklich nachweisen kann und aufgrund auch dessen dass ich dann eben jetzt jetzt ist die frage ich sollte dem definitiv den schief justice nichts von dieser insel erzählen oder weil sonst bin ich hier tot oder naja das problem ist es darf halt nichts rauskommen ich will ja deswegen will ich es ja mit ihnen gerade besprechen deswegen ist die frage ob ich die geschichte mit ich bin hier mit einem großen schiff her gefahren worden damit ein schlauchboot am strand auch abgeladen wurde und dann stand da dieser polizist der mir diese identität gegeben hat und gesagt habe ich soll dass das ist die rolle und die soll ich spielen ob das der bessere weg wäre dass ihnen dann nur das zu erzählen das ist ja im sinnlich gelogen sondern modifiziert ja na gut die frage ist ob man dann irgendwann an den punkt kommt wo man sich in widersprüche verwickelt und naja das ist ja das ist ja genau deswegen eben ich sehe da kein dass wenn ich das so klar erzähle schiff wurde mit dem boot angelandet das war ja so bei der ich lasse ja nur dass den teil mit der insel aus und auch die personen die damit zu tun haben also die widersprüche sich da widersprüchen zu verwickeln sei recht unwahrscheinlich glaub nicht was ich alles schon erlebt habe aber machen wir mal weiter ja gut aber in der grundsatz die das erzähle und dann eben erzähle dass der polizist auf mich zugekommen ist das ist die identität kodi takker kodi takker benimmt sich so und so und ja verhalte ich so und das erzähle deswegen war ich eben auch so in der zelle habe die den beamten ins gesicht gespuckt ja ich wollte gewaltig machen ich habe so einen film gesehen wo immer leute wenn sie an die kommen an die zelle ran und haben sie voll ins gesicht gerotzt ich wollte einfach genau diese rolle spielen ja um nicht aufzufallen um wie kodi takker zu werden ja und wie gesagt ich bin das wo ich die hingeführt hatte das war nicht mein haus weil ich eben meine identität schützen wollte und dass es nicht rauskommt weil wenn mein haus gewesen wäre hätte ich auch keinen ausweis vorzeigen können ja und dann eben habe ich eben dieses messer dass das ich vorne stellte was meine auftraggeber mir geschenkt hatten ich hätte es gar nicht annehmen soll ich behalten sie es danke 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 für die geste weiter naja man will die auch nicht verärgern so und ich hatte das eben noch zufällig dabei gehabt wenn sie das verkaufen können ja ja hätte ich mal machen soll aber ich hatte das eben vorne stecken gab dann bin ich eben zu diesen ja das waren gehockt habe das messer vorne mit einer hafte geschichte habe das vorsichtig auf den boden gepackt habe dann so getan als ob ich das aus dem busch aus diesem erdboden raus ziehe also wenn sie mir daraus einen besitz machen wollen dann müssen sie ja schon beweise haben naja gut der besitz ist ja eindeutig sie waren im besitz der besitz stellt tatsächlich keine frage ob das jetzt nun also das wurde ja bei ihnen gefunden ich habe das in der hand gehabt sogar in der hand ich glaube die haben die habe ich nicht durchsucht sondern wie gesagt noch mal ich bin zu diesem busch wo das bett war und habe das vorsicht vom boden habe dann sozusagen aus dem boden raus gezogen und in der hand gehabt und habe gesagt hier im boden stack dem messer ja gut die die also die frage ist ob man das beweisen kann dass das so war wie sie sagen sollen die mir als ganz kurz die haben mir das ja nicht abgenommen ich habe denen das ja die hand gedrückt aber wir haben aus ihrem besitz aus ihrem besitz heraus ja gut also ich weiß was ich im zweifel für den angeklagten nicht in so einem fall tatsächlich ist greift hier dann die beweis umkehr sie müssen beweisen dass er so ist wie sie schildern ansonsten würde das unter umständen nur als schutz behauptung gelten und da könnte ja jeder kommen ich habe gerade ich habe gerade aus der mülltonne das ist gerade 20 sekunden her die waffe aus der mülltonne rausgeholt aber wenn jetzt als beispiel jetzt mal als beispiel ihre couch ist das bett und die beiden stühle da hinten vor ihrem büro tisch sind die bei polizisten stehe vor dem polizisten drehe mich um geht zu diesem beten bück mich nimm das messer in die haus aus diesem b in die hand und sagt hier steckt übrigens messer im bett drin was wollte mich noch dran kriegen so habe ich das nicht gesagt jetzt wollte ich mein ganzes leben ficken so habe ich das okay aber was 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 glauben sie denn was die officer sagen dass sie das messer aus dem bett gezogen haben oder dass natürlich behaupten die dass sie das in der tasche haben sehen sie aber genau das das ist ja der punkt ja sie haben dann da zwei officer die im endeffekt auch sagen sie haben diese waffe aus der tasche genommen und nicht aus dem blumenbeet der fuß stinkt der fuß sagen der fuß stinkt hier wirklich schon ab dem kopf alter das ist wie mit dieser eine beamte die meine zelle geht und behaupten ich hätte mich selbst geschlagen ist das denn fucking ernst oder was ja also wie gesagt ich möchte sie da einfach schon mal nur im vorfeld darauf hinweisen dass das genauso zu 80 prozent wahrscheinlichkeit erfolgen wird weil dann natürlich dann auch die forensik eine rolle spielt steckte denn dieses messer wirklich im bett ja ich habe es rein gesteckt okay gut also ich habe ich war ja nicht dumm ich habe mich ja von ich habe genau geguckt wo die stehen ja und ich habe mich genauso hingestellt mich runter gewürgt habe das messer genommen habe es in das bett reingedrückt und habe es dann rausgezogen damit ist eben nicht damit sie es nicht an meiner sache finden das war die idee dahinter also die forensik wenn wenn das in die forensik gehen würde sie safe müssten sie da rückstände vor diesem mutterboden finden okay na gut also das ist nicht mal das ist nicht mal mein haus ne weil ich bin da einfach nur hingegangen also wenn sie sagen ja das war ihr haus denn was ist ihr messer dann sage ich nee 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 entschuldigen sie mal ich wohne in einer sozialwohnung in delpero ja ich wohne nicht da in diesem dicken haus ich bin extra zu einer anderen adresse gefahren weil ich den ja aufgrund von kodi tucker ich habe ja gesagt muss meine identität schützen deswegen habe ich das ja auch gegenüber ihnen ja auch so erzählt dass ich diese rolle kodi tucker voll ausgelebt habe die ja kriminell gewesen sein soll was ja nicht wahr also nicht in gänse woher kennen sie eigentlich den kodi tucker also man man ist sich das ein oder andere mal über den weg gelaufen okay weil sie den kannten deswegen dachte vielleicht kennen sie den besser ich kenne ihn tatsächlich ein bisschen besser okay also der war nicht kriminell das heißt und das heißt nicht so wie wie sie ihn dargestellt haben okay jetzt reden wir mal offen offen patte ich hoffe sie nehmen hier irgendwas auf oder zeichnen hier irgendwelche gespräche mit erzähl ich mir was das ist also die schleuser die mich hierher gebracht haben sind zu dumm mir eine neue identität zu verschaffen soll ich mich dazu jetzt äußern oder ja ja natürlich deswegen ja ähm ich sag mal so man hätte das auch ähm schlauer anstellen können aber ähm ja ist halt so wie es ist ne soll ich ihm dazu sagen hühnerknubbel wissen sie die haben mir erzählt das passwort dreimal ich hab ich hab immer knubbel gesagt nee es heißt die knubbel es heißt knubbel du musst denen das explizit sagen ja hühnerknubbel mhm okay hühnerknubbel es gab kein kennwort hühnerknubbel gut dass sie denen das auch noch erzählt haben als wir oben auf der park gerade standen okay ahja ne sie hatten das ja oben gesagt ja was ja dass das der dass der Cody Tucker kein kennwort hatte ne hatte er nicht mehr weil er tatsächlich eher seine Haftstrafe bereits abgesessen hatte und der soll eben aus kam der aus Liberty City ich weiß nicht wo er herkam okay wirtschaftsflüchtigen haben die gesagt und war in der Bowlingburg JVA und stand im A Block der war voll geweihttätig und hat Polizisten immer angespuckt und so da hab ich das natürlich auch gemacht also ich hab ihn nicht so kennengelernt aber gut aber der eine Herr tatsächlich saß ja mit ihm im gleichen Block also von daher kann das schon ähnlich in der JVA gewesen sein da möchte ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen ähm und abstreiten aber ähm ich sag mal so ähm man hätte das auch ganz anders machen können aber gut danke schön diese Einschätzung wollte ich gerne einfach nur haben äh das Kind ist tatsächlich schon in den Brunnen gefallen und jetzt muss man gucken äh das was da lebend rauskriegen und äh dann sind wir tatsächlich jetzt bei Ihnen ähm gut ja also Sie haben da die Möglichkeit dieses Gespräch mit dem Chief Justice zu führen genau das wollte ich jetzt da wollte ich jetzt hingehen und zwar hat der Herr Kohl gesagt ich hab ihn grundsätzlich ausgefragt ähm was wenn es so einen Fall gäbe mit dass jemand aufgrund von von einer kommunalischen Organisation gesucht wird ein ein Zweitstaat hat ihn eine neue Identität ausgestellt und hat zu ihm gesagt er soll in einen Drittstaat reisen und ob da eine Zusammenarbeit erfolgen kann dass man diesen Schutzstatus anerkennt und die Situation und in dem Sinne eine neue Identität zum Beispiel also als eine der Maßnahmen neben Zeugenschutz und Co dass das möglich wäre dann meinst du grundsätzlich ja ja gut die Frage die Frage ist natürlich was bieten sie der Justiz an ähm damit sie auf diesen Deal eingeht äh weil das kann ja jeder behaupten was sie da erzählen ja ich hoffe ja dass wir nicht den Namen des dänischen Beamten den ich ja habe ähm der mich ähm dort nicht bearbeitet hat aber der ähm für diesen Fall zuständig war ich hoffe einfach dass der nicht korrupt ist weil der stand als erstes ähm bei uns vor der Tür der Sören Andersen so war der Name von dem Beamten aus aus Kopenhagen dass wenn wenn sich dann Homeland mit diesen Sören oder Sören wie gesagt der Standbeater hat nur kurz in diesem gezeigt und hat eben gesagt ihr müsst fliehen so das war die ist ja die Geschichte dahinter und dass wenn sie dich mit dem auseinandersetzen und ich denke vielleicht hat ja dieser Staat und dieses Land auch Interesse an weiteren guten Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten ähm vielleicht im Rahmen von Export oder Wirtschaftsinteressen bla 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 aber dass man grundsätzlich wenn man sich von dort wenn sich Homeland die Geschichte bestätigen lässt die dahinter steckt und ich hoffe der ist einfach nicht korrupt und gibt das an das italienische kubanische dänische Kartell weiter dass dann sozusagen ich kann dir nichts großartiges geben ich hoffe einfach nur aus deren Gnade ehrlich gesagt und ich hoffe dass der Schiefabschastus dort menschlich ist und im Rahmen mit der Regierung da eventuell wie gesagt probieren geht über studieren ich glaube wie sie es beschreiben ist es einfach für mich die beste Chance weil bei der Staatsanwaltschaft glaube ich läuft das auf einer Haftstraße hinaus ja also ich sage mal aus der Erfahrung selber gibt es keine Abkommen mit den Vereinigten Staaten und den europäischen Ländern so das gibt es nicht gab es nicht es gibt auf irgendwelchen Ebenen wahrscheinlich irgendwelche bilateralen Abkommen ja das kann es sein das kann es geben aber da reicht tatsächlich mein mein Kenntnisstand hier nicht aus wie San Andreas da jetzt verknüpft ist ja als einzelner Bundesstaat der sowieso von der Gesetzgebung her anders ist wie ja die anderen amerikanischen Staaten und typische hochsehen und dort wird das ja meistens anders gehandhabt aber dann habe ich mit dem Code folgendes ausgemacht ich habe gesagt dass sich eine Person bei ihnen melden also dass ich mich mit einer Person dann bei ihnen melde und diesen Fall zu erläutern und da sagte er ich soll mich bitte aber einmal in den Schiff Sass zu wenden weil der dafür zuständig ist und auch da nur entscheiden kann und das nicht so schlau wäre weil wie gesagt ich habe mir das grob nur angeschaltet dass dann noch eine dritte Person mit reingezogen wird die sowieso nichts entscheiden kann der sei wohl am Sonntag um also ab 21 Uhr da könnten sie versuchen mit dem Termin auszumachen also an dem Sonntag kann ich sehr gut abends und wir dann zusammen dort das Gespräch wahrnehmen ich weiß nicht ob ich am Sonntag hier bin es kann tatsächlich sein dass ich wieder in einem anderen Bundesstaat an der Universität lehren muss ah ok also ich kann das jetzt aktuell nicht fest zu sagen ja aber wir halten es uns mal locker vielleicht erreichen sie den ja auch schon morgen oder keine Ahnung wann ja dass sie versuchen sie haben die Kontaktdaten von dem nein ok dann dass sie aber versuchen dann dort geht einfach nur über die Justiz gut vielleicht dass sie dann versuchen bei der Justiz sich da auf dass sie dann eine Rückruf bitte oder irgendwas dass ich dann wenn der der Chief Justice da ist dass er sich da bei ihnen einmal meldet warum hat ihn warum hat ihn warum hat der Richter Kohl nicht gleich den Termin intern gemacht der hat zu mir gesagt ich soll ich soll das über wie gesagt ich soll das der wird wohl am Sonntag wo er ist da sein und dann soll ich mich einfach melden ich habe gewöhnt ich werde wohl noch was anderes zu tun ah ja ok gehe ich zumindest von aus ja also ich werde das was ich Ihnen jetzt sagen kann ist ich werde es versuchen ja da ein Gespräch zu vereinbaren aber das wird höchstwahrscheinlich nicht an diesem Sonntag sein gut dann wenn es dann kommt wie gesagt wir haben Montag haben ja sowieso da sowieso schon unseren Termin ja mal gucken wie es das geht es wäre schön wenn wir davor es irgendwie schaffen eine andere Ebene noch damit einzubinden die dann eventuell da dem Staatsanwaltschaft die wir vorsetzt also von der Wahrscheinlichkeit her wird das ja nicht passieren weil wenn sie sagen dass der Chief Justice erst am Sonntag da ist dann ist das ja der letzte Tag vielleicht ist er ja auch heute noch da und will einfach keine öffentlichen Gespräche führen wer weiß ich werde dem Herr Keuter ja nicht widersprechen sagen jetzt holen Sie mal Ihren Chef ran oder was das kann ja nicht sein so deswegen habe ich erstmal da den Ball flach und habe gesagt okay dann weiß ich Bescheid danke für die Auskünfte um auch nicht weiter noch bei der Infos raustroppen zu lassen dass ich da am Montag das Gespräch habe mit dem Aspekt aber der wusste ich kannte mich ja gar nicht mal also zum Richter scheint es wohl noch nicht vorgedrungen zu sein dass da meine Fallakte da ist ja also wie gesagt von der Wahrscheinlichkeit her wird die da auch gar nicht landen ja richtig und deswegen eben die Hoffnung wie gesagt dass der Chief Justice da zufällig dann eventuell ja doch nochmal morgen vielleicht da ist oder was und ja und dass er da nochmal versuchen ja ja richtig ja also wie gesagt mehr als versuchen können wir dass Sie vielleicht als Anwalt sagen Sie haben gerade einen Fall und Sie würden gerne mit dem Chief Justice darüber einmal sprechen wenn Sie da vielleicht ein Telefon bitte hinterlassen vielleicht wäre das ja eine Option dass sich dann wenn er morgen dann da ist und Sie anruft vielleicht haben wir ja Glück wer weiß wer weiß ja naja gut aber wie gesagt ich komme nochmal zurück auf das Gespräch was Sie geführt haben wenn Ihnen gesagt worden ist vom Richter Kohl dass er erst am Sonntag wieder da ist dann ist die Wahrscheinlichkeit dass er morgen da ist gegen null wissen Sie auch wie das an meiner Uni war dass die Dozenten gesagt haben oder die Sekretär der Dozenten jo die sind erst nächste Woche wieder da und dann siehst du einen Tag später siehst du den mit einer jungen Studentin über den Campus hüpfen ja 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 natürlich aber das heißt ja nicht dass er Zeit für uns hat also selbst wenn er da ist morgen heißt das nicht dass er für uns Zeit hat er sagt ja Zeit haben und Zeit leben sind immer zwei richtig richtig aber ich werde es trotzdem versuchen mehr können wir nicht machen danke danke und ja dann schauen wir einfach mal weiter wie wir da das ein oder andere Gebacken bekommen ja gut für Schönen ansonsten ja schauen wir einfach mal danke wieder für die Zeit gerne wenn Sie mal was haben oder Hilfe brauchen ich reich wenn Sie sich dann machen wir das guti ok dann gehen Sie gerne vor ja dann dann schönen Feierabend ja schönen Abend noch und alles Gute für Sie ja danke Tschüss er hatte den Ausweis von Taka von den Schleusern also nochmal er hat gar keinen Ausweis bekommen er hat nur die also das war ursprünglich mal meine Idee ja Cody Taka also einfach mal da für die Ideen also für das was eigentlich dahinter steckt ursprünglich war das mal meine Idee die Identität von Cody Taka jemandem zu geben der hier unter Umständen illegal ist ja ähm das ist meine Idee gewesen dazu hätte er dann praktisch weiß ich nicht seine Telefonnummer und alles gekriegt ja weil das habe ich ja aber das jetzt so einfach so zu machen das ist dilettantisch also ja und die haben ihm gesagt ja gib dich einfach als Cody Taka aus ein Codewort ist hier XY Knuddel Watz Hühner Knubbel oder irgendwie sowas ähm ja er gibt keinen Sinn ja weil also wenn ich bestätigt hätte das ist Cody Taka dann wäre die Sache safe gewesen ja aber ähm da hat er schlechte Papiere bekommen Odin ja ähm was Obispo sich wohl dabei gedacht hat sofern er dabei war beziehungsweise mitbekommen hat ja weniger er ist halt aufgeflogen durch komische Aktionen ja also wie gesagt die ganze Geschichte mit Cody Taka das passt einfach nicht hat ja auch nicht die Telefonnummer von denen gekriegt und ähm also da hat er eine Menge gefehlt und wenn man das durchziehen will dieser Ebene wie gesagt es war ja ursprünglich meine Idee ähm ähm aber da hätte ich das nicht jedem einem x-beliebigen gegeben ja und ähm ja ist ein 31er also ich frage mich immer was heißt äh ABC ähm ich hab das schon öfters gehört 31er irgendwie was negatives aber was das bedeutet weiß ich gar nicht nur ein Gedanke oder bist du sicher Antwoord gerne Perl ach so ja aber was dieses 31er eigentlich bedeutet hab ich keine Ahnung ehrlich ah Ratte also Verräter ja ok Paragraf 31 ist Verrat oder sowas ah ja Paragraf 31 BGB warte mal kurz da sag ich doch mal ich hab doch hier was hab ich denn hier De Jure so 31 BGB äh also bürgerliches Gesetzbuch Paragraf 31 Haftung des Vereins für Organe Odin bürgerliches Gesetzbuch das ist Paragraf 31 BGB der Verein ist für den Schaden verantwortlich denen der Vorstand ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungs verfassungsmäßig berufner Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtung begangene zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt StGB vielleicht StGB vielleicht StGB B 31 nee StGB Rücktritt vom Versuch der Beteiligung nach Paragraf 30 wird nicht bestraft wer freiwillig den Versuch aufgibt einen anderen zu einem Verbrechen zu bestimmen um eine etwa bestehende Gefahr dass der andere die Tat begeht abwendet so zwar nachdem er sich einem Verbrechen bereit erklärt hatte sein Programm aufgibt oder Absatz 3 nachdem er nee nicht drittens nachdem er ein Verbrechen verabredet oder das Erbieten eines anderen zu einem Verbrechen angenommen hatte die Tat verhindert Luku wenn Person A festgenommen und Person B verrät bekommt er eine mildere Strafe kommt aus dem US-Gesetz ah dann brauche ich gar nicht hier deutschen Gesetz suchen ok Luku vielen, vielen vielen Dank haben wir jetzt auch mal ein bisschen schlauer wie gesagt wirklich keine Ahnung von ich höre das immer wieder und ja ich weiß dass es etwas negatives ist aber was es genau bedeutet hat wenn man mit der Polizei redet Gesetzen bin mir aber gerade nicht sicher wo genau ok nächstes Paraschreibt dazu in deutschen Gesetze wäre das die 31 in Betäubungsmittel also BTM na gut dann machen wir das nochmal auf BTMG ist Betäubungsmittel Gesetz 31 Strafmeldung oder Absehen von Strafe das Gericht kann die Strafe nach § 49 Absatz 1 des Strafgesetzes auch mildern oder wenn der Täter keine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren verwirkt hat von Strafe absehen wenn der Täter erstens sich freiwillig blablabla offenbaren seines Wissens wem sich dazu beitragen kann dass eine Straftat nach der § 29 bis 30 die mit der Tat zusammenhang steht aufgedeckt werden konnte oder zweitens freiwillig sein Wissen so rechtlich einer Dienststelle offenbart dass eine Straftat nach § 29 Absatz 3 § 29 Absatz 1 § 30 und so weiter und so weiter die mit der Tat im Zusammenhang steht und von deren Planung erweist noch verhindert werden kann war der Täter an der Tat beteiligt muss sich seinem Beitrag zur Aufklärung nach Satz 1 Nummer 1 über den eigenen Tatbestand Beitrag hinaus erstrecken § 46 b Absatz 2 und 3 des Strafgesetzes gilt entsprechend alles klar btmg ok ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern sondern jedem Menschen helfen wo immer ich kann nächstes war vielen lieben Dank für deine 31 Bits heute 31 31 Bits viel lieben Dank mein Bester so soll ich mir jetzt gucken hier wenn ich habe gesetzesänderung ach ja ach hey mal hier angucken das Department of Labor ist die sämtlich lange Gewerbe oh man Brauffälligkeit Bonus Zahlung was Taco was ist das tax und commerce commercial office alter auch das recht lizenzen beschränkt zu vergeben oder nachträglich zu beschränken oder zu erweitern insofern eine beschränkte Lizenz auch nach aufer es gibt noch eine Behörde leckt mich am Arsch äter ah der Inhaber eines Gewerbes oder Unternehmens ist zugleich dessen Geschäftsführer eine Person kann maximal einmal CEO und einmal Co-CEO oder zweimal Co-CEO sein ein Gewerbe kann oder unternehmen darf maximal einen CEO und zwei Co-CEOs haben das ist ja lustig der Verkauf von Unternehmen oder Betrieben ist nur nach vorherigen Genehmigungen gestattet also kannst du mit deinem Unternehmen nicht mal das machen was du willst es ist dein Ding älter welcher Praktikant dürfte sich denn diesmal austoben jetzt mal gucken was da gibt es eine Höchstsatz Auflagen ganz ehrlich hier irgendwas mit Gehältern Gehalt je nach Betriebs legt das Taco das Mindest und Maximalgehalt fest hä noch mal das Gehalt eines CEOs Co-CEO beträgt ein Dollar pro Stunde und zusätzlich maximal 8000 als CEO als Co-CEO wöchentlich hä ein Dollar und ich muss mir ich kann mir wöchentlich hä was ist das denn für ein Blödsinn hä Unternehmen die keine beträgt das Mindest von 100 Dollar also das ist ja mal absoluter Schrott also Bonus Zahlung ey ey echt jetzt also schlechter geht ja gar nicht ich darf mir wöchentlich eine ausstellen das ist mein Unternehmen ey wenn ich das Ding hier anzünde in der Theorie okay die Immobilie gehört zwar nicht mir selber ja aber alles was hier drin ist ist meins ja ist doch meine Sache was ich also das ist ja mal ganz ehrlich ich muss mich ja hier auch stempeln weil ich verdiene ja zu viel ein Dollar oh mein Gott anstatt sie erstmal Baustellen schließen die sie haben machen sie unnötig weitere Baustellen auf also ganz ehrlich ich weiß nicht wie die Leute hier an das rangehen aber das ist ja Alter ich bin schon wieder im Meckermodus glaube ich ich muss mir erstmal eine Kippe anmachen sorry Leute wer nicht raucht bleibt dabei aber das ist ja also hä das mit dem ein Dollar hat denke nur damit zu tun dass du die Stütze beziehen kannst ja aber die kriege ich doch aber sehr gut ähm die beziehe ich doch so oder so das ist ey ganz ehrlich das ist doch völlig Banane dieses Unternehmen arbeitet ja am Existenzminimum ist ja so also ich guck mal nach kurz hier was ist denn heute passiert was haben wir denn heute heute haben wir den 27 heute ist nichts passiert keine Einnahmen keine Ausgaben also gar nichts gestern eine sache hier was haben wir hier verkauft dreimal und einmal eingekauft doch gar kein macht einen Steuersatz und gut ist ja ganz einfach Unternehmen die so und so viel Dollar verdienen einfach Steuern erheben und dann ist gut je nachdem wie stark ein Unternehmen halt wirtschaften kann ja weil als Autohändler als Beispiel ja die verdienen halt krass die machen zwei Verkäufe in der Woche und dann können die alle Mitarbeiter entspannt bezahlen weil da einfach die Gewinnspanne höher ist aber alles andere einfach einen Steuersatz raufknallen und gut ist aber hört auf mit so einem Schwachsinn hier mit der Stütze Transferleistung sollte es nochmal schauen die wird jetzt auch angepasst vorher 60 Dollar jetzt sind es 50 Dollar für maximal 12 Stunden und 25 Dollar für wen ich richtig liege 6 Stunden also insgesamt 75 Dollar wenn du am arbeiten bist verkaufen es so dass damit das Arbeit mehr angeregt werden soll und ob da habe ich meine Zweifel ganz ehrlich wie viele Leute haben wir denn jetzt hier kennengelernt die hier 3-4 Jobs haben was für ein Arbeits-RP du kannst so viel arbeiten wie du willst wenn du keine Kunden hast die du bedienst bringt das nichts zu arbeiten also nochmal ja was willst du denn arbeiten wenn die Kunden nicht kommen du musst doch unternehmerisch denken also ich bin ehrlich ich habe da gar keinen Bock drauf mir die HGB-Geschichten und so das ist das was gesagt wurde Ninja Brain ja also alles gut wie gesagt es ist ja jetzt auch kein Vorwurf an euch oder so sondern das was dahinter steckt diese dieses kurilen ominösen Gedankengänge würde ich gerne mal verstehen nicht nachvollziehbar ja ey ganz ehrlich sehe ich aber nicht so Nexus Barra sehe ich aber nicht so also wenn ein Unternehmen muss schon schaffen irgendwo selbstständig am Laufen zu bleiben ja mein Ziel ist es ja oder mein Ziel war es ja dass das Fundhaus selbst erwirtschaftet ja so ich als CEO habe ja meine Überzeugung dafür ja ich bin ja überzeugt von dem Unternehmen deswegen habe ich es ja auch gegründet so jetzt habe ich hier aber knappe 3000 Dollar drauf so wenn ich überlege ich habe aber Privatvermögen in Form von 12.000 Dollar da reingesteckt das heißt ich bin bei 9.000 miese ja alles gut es steht mir aber frei aber jetzt kann ich noch nicht mal machen was ich will mit meinem Fundhaus sondern mehr oder weniger das ganze Konstrukt ergibt keinen Sinn das ist mein Unternehmen das ist mein Eigentum ich kann mit meinem Eigentum machen was ich will ja und wenn ich der Meinung bin ähm ich will das verkaufen dann verkaufe ich es ja außer wir sind hier irgendwo im Kommunismus und Sozialismus oder irgendwo was dazwischen alles gut ist doch sowas wie eine Teamsitzung am Sonntag glaube ich kann wohl jeder teilnehmen und auch streamen ja Odin ich werde tatsächlich am Sonntag da sein ich werde mir das anhören ich habe keine Fragen gestellt weil ich einfach nur mal gespannt bin was andere für Fragen haben nachdem was ich gelesen habe sind das 130 150 Fragen oder so die da angeblich gestellt worden sind die natürlich im Vorfeld jetzt schon mal beantwortet werden damit sie am Sonntag auch sich nicht verquatschen ähm cooler würde ich finden wenn man direkt auf diese Fragen eingehen könnte aber es würde bei 150 Fragen natürlich unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen das ist glaube ich begrenzt auf zwei Stunden wenn ich das so richtig verstanden habe das passt in der Theorie schon aber es sind im Endeffekt Fragen die jetzt natürlich auch schon mal ähm im Team besprochen werden wie antwortet man da drauf ja das heißt wir kriegen auch wieder vorgefertigte Antworten und ähm ja ähm kritische Fragen aus dem Stand raus zu beantworten ist ähm nicht immer ganz einfach wenn man nicht drauf vorbereitet ist werde das wahrscheinlich auch streamen aber es werden wahrscheinlich so viel werden ja alle machen also werden ja alle streamen aber dadurch das deswegen sage ich ja also ich werde wahrscheinlich das noch streamen aber ähm ich werde Sonntag wahrscheinlich nicht spielen ja aber wie gesagt ich will jetzt auch ein bisschen kürzer treten weil ähm ja lasst euch einfach überraschen die nächsten Tage ähm wie gesagt ich spiele jetzt das Fathaus noch ein bisschen mehr an nach dem was ich ja auch gesagt habe ja werde da jetzt nochmal mein Glück probieren und ähm ja dann schauen wir mal ja bei ihm vielen vielen lieben Dank für dein Kompliment und ähm ja also wie gesagt ähm natürlich werde ich es anbieten für jeden der da Bock hat was ich halt weiß ist äh wie das in der Vergangenheit über die Teamgeschichten abgelaufen ist äh diese Besprechung ja als ich damals mit im Team war für Spellingsing gab es ja auch schon diese Geschichten und ähm ich kenne auch die damalige Meinung zu aber ähm wie man auf so eine Idee jetzt gerade kommt naja kürzer treten in Form von äh naja meine RP-Stränge Odin sind halt nicht mehr da die 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 ich ja hier eigentlich angedacht habe ja also äh Justiz RP seht ihr selber wir haben da jetzt so ein, zwei, drei kleinere Sachen ich meine der Goldbaum-Prozess da das wird nochmal eine größere Geschichte aber ansonsten haben wir ja nichts Großartiges hier mehr ähm und diese Rechtsvertretung von den Schleusern wie gesagt ähm ich will die auch gar nicht mehr annehmen ich hab mit denen nichts mehr zu tun ähm ich hab mich von denen losgelöst ähm ich find äh dieses System halt auch unglaublich schlecht ja ähm es ist ähm mehr kaputt machen als fördernd und ähm deswegen schließt hab ich mich da rausgekapselt also ich will praktisch ich hab diese IC diesen IC-Strang der sich entwickelt hat im Prinzip auch genommen ähm um einfach aus diesem ja desaströsen und katastrophalen Ablauf der da äh produziert worden ist ähm mich rauszudrehen ähm wie gesagt eine IC-OOC-Konsequenz und ähm ich will da wie gesagt deswegen werde ich da auch keine Fälle in dieser Form mehr annehmen von denen ähm weil ich da einfach nichts zu tun haben will mit ja das ist so ähm unglaublich ähm schade dass das ich muss jetzt gerade die Worte fassen damit das nicht zu heftig rüberkommt aber es ist halt unglaublich schade ähm wie diese Option gezogen worden ist und äh meiner Meinung nach auch die ähm schlechteste aller Optionen die allerschlechteste ja weil wie gesagt ähm sind das halt ganz dünn ja und die die Konzeptionierung die dahinter steckt äh die ist ähm entweder ähm ganz schwach oder gar nicht vorhanden ja weiß ich nicht ich weiß nicht was da für ein Konzept hinter steht aber aufgrund der Fragestellung die man im ähm Supportbereich ähm oder an Ankündigungsbereich erlesen konnte ähm ja ja braucht man sich ja nur mal ausmalen ähm wie das in Gänze eigentlich aussieht ja und ähm ich sage ganz ehrlich ähm ich möchte hier meine Ideen äh nicht preisgeben äh damit sich irgendjemand anderes dann sagt ja ähm schaut mal was ich geiles gemacht habe äh gar nichts wurde von dieser Person oder diesen Person dann gemacht sondern die Ideen kamen tatsächlich von anderen und wurden einfach äh als die eigenen verkauft und da muss ich ganz ehrlich sagen äh das sehe ich hier nicht ein ähm dafür ist das einfach zu ähm schlecht gemanagt ähm ist einfach so und ähm das sind so halt die Konsequenzen natürlich jetzt ja und wie gesagt äh da habe ich jetzt rutsche ich halt auch immer wieder in alte ähm ähm Strukturen zurück ähm die ich ja eigentlich gar nicht so haben wollte mehr aber das ich weiß nicht irgendwie äh weiß ich nicht irgendwie frustriert mich das hier immer wieder also das schlägt einen unglaublich in die Mahngrube als hätte man irgendwie äh bei einem Boxkampf äh den Tiefschlag bekommen und ähm ähm eigentlich wollte ich das gar nicht eigentlich war ich äh irgendwo an einem Punkt wo ich gesagt habe ist okay ähm ich akzeptiere das so wie es ist ja ähm sie können es einfach nicht besser das ist halt so ähm ähm manchmal muss man halt sagen ja wenn es nicht besser geht und nicht besser gemacht werden kann dann entweder man akzeptiert das oder man sieht einen Strich für sich selber ja muss halt jeder selber wissen wenn ich Zeit bin werde ich auch hier anzutreffen sollten wir das etwas wissen Odin was meinst du damit ich verstehe die Frage nicht mit dem Kürzertreten naja also nochmal also wie gesagt das ist halt so welche RP-Stränge habe ich denn jetzt noch ja also auf der einen Seite ähm es ist ja im Endeffekt nichts vorhanden für das was auf meinen Charakter zugeschnitten ist ja ähm da bleibt ja nur noch das Funthouse und äh das Funthouse ich meine ihr seht das ja selber also also ob ich nun da bin oder nicht da bin wir können ja ihr könnt ich kann es euch ja mal zeigen also einfach so in der Vergangenheit ja ähm also ich könnte auch ein Drogendealer sein mehr oder weniger und würde wahrscheinlich genauso viele Geschäfte machen ja also hier das ist ja alles An- und Verkauf okay am 18. waren ähm 1, 2, 3 Verkäufe ein Ankauf am 19. 1, 2 Ankäufe ein Verkauf also das sind ja wir reden da ja nicht von den Unsummen ja aber dafür fehlt halt Crime und Crime muss halt das Funthouse bespielen ja also das ist ja die Option die ich damit eigentlich geben wollte ich wollte Crime die Möglichkeit also Crime-Spielern, Kleinkriminellen die Möglichkeit geben ihren Scheiß hier los zu werden ja einfach zu Geld zu machen ja Pehlerei so ein bisschen ja natürlich Straftat aber alles gut also das war ja so mein mein Dings aber äh das funktioniert also wirklich unglaublich viele Baustellen dieses Projekt und was geht genau mit den Schleusern Parotix ja also dass ich einfach mit denen nichts mehr zu tun haben will also im also im RP ja also das ist wie gesagt ähm finde das wie es bespielt wird eher kontraproduktiv als äh produktiv und ähm das ist vom Ablauf her nicht so mein Ding ähm wie gesagt von der Konzeptionierung wenn da ein Konzept überhaupt hinter steht wie gesagt ich stelle das jetzt hier so ein bisschen in Frage weil es für mich nicht erkennbar ist also ich sage nochmal wir haben damals den Strizzi angeboten dass er da die Bauleitung übernimmt dass er da in Mexiko irgendwas aufbauen kann was ja eigentlich paradox ist ja du holst einen Amerikaner der in Mexiko arbeitet hä die flüchten alle aus Mexiko weil es denen da so schlecht geht nun mal dazu ja äh und da kommt ja nichts da passiert ja nichts so dann die Geschichte mit den Waffenverkäufen ja das ist unglaublich weiß ich nicht also ähm ja ich würde fast also gescriptet wäre falsch ja also aber ich bin im RP so eingeengt dass ich gar nicht RP machen kann weil ähm ja du mehr Auflagen hast als ähm alles andere und ähm ja nächstes Parallel also wie gesagt wenn du hier an wenn ich Zeit anzutreffen genau da habe ich verstehe ich total ähm Henker macht Aftertalk hast du Bock Chaotix ähm ja unter Umständen mache ich jetzt hier auch Feierabend es ist ja nichts da also hier passiert ja auch nichts ja also ich lege mich jetzt hier wahrscheinlich drinnen auf die Couch und ähm dann ist gut ich finde du hast in deinen Talks oft genug mit dem Wink-Zornfall gegeben mehr finde ich solltest du auch nicht machen ist ja nicht deine Aufgabe die Frage ist ja ob die Crimer von Möglichkeit wissen also Odin also mehr als das was ich gemacht habe ging nicht ja also ich bin seitdem ich das Fundhaus habe seit Tag 1 seitdem ich auf diesem Projekt spiele in der in der US-Zeit und danach in der Southside unterwegs teilweise sogar äh zeitgleich ja weil mein erstes Fundhaus war ja da hinten ja so und ich bin hier zu Fuß lang gelaufen Stunden über Stunden in der US-Zeit Stunden über Stunden und wir hatten damals ja über die Anderson die ja die die erste ähm ähm Co-Chefin hier war im Endeffekt ja schon die ersten Anstrengungen danach in diese Richtung ja so dass die natürlich jetzt ähm nach dem Knall vom Projekt Lucky zu dem anderen Projekt gewechselt ist ähm gut bin ich ihr nicht böse ja aber sie hat das hier gemanagt so das Crime wurde im Endeffekt hier angespielt das Fundhaus durch Crime so meine ich das da gab es ja auch Crime aber das ist ja hier auch immer wieder so eine wiederkehrende Geschichte das ist hier so ein Hoch und Runter und wie gesagt also ich muss ganz ehrlich sagen manchmal habe ich das Gefühl ich bin hier in so äh in so einem Strudel der Gefühle ähm auf der einen Seite bin ich manchmal echt gehypt aber auf der anderen Seite muss ich sagen ich bin gefrustet durch ein Spiel und äh da muss ich sagen ähm dafür ist mir das Spiel einfach äh das ist oder das ist da ist das Spiel mir äh das nicht wert äh ich lasse mich doch nicht frusten von dem Spiel wo kommen wir denn da hin wo habe ich meine Knarre hin sind wir noch so vorne ja und ähm das ist ja auch also das stelle ich halt auch erstmalig hier so fest ja also ich sage ich bin jetzt mal ganz ehrlich würde es ein anderes Projekt geben ja wo ich mir sicher sein könnte dass ich da gute RPler sehen würde wäre ich von heute auf morgen weg ich würde meine RP-Stränge natürlich zu Ende machen aber ich wäre weg ich würde das Projekt sofort verlassen definitiv ja also das muss ich auch ganz ehrlich sagen ähm aber es gibt halt aktuell keinen Alternativen also nicht für mich ähm und keine wo ich mir jetzt genauer mal angeguckt habe ja das muss ich halt auch sagen aber ich würde das Projekt sofort verlassen ja das äh wie gesagt ähm dafür muss ich sagen ist das was hier ähm passiert ähm mir persönlich dann am Ende doch zu dünn ja das ist so aber wie gesagt es steht ja jedem frei hier wird ja keiner gezwungen selber zu spielen also es zwingt mich ja hier auch keiner aber das ist so wie gesagt also ich schnall das auch selber nicht dass ich mich da immer wieder irgendwie so einpusche aber es hat wahrscheinlich denke jetzt laut ja ihr müsst nicht irgendwie denken ich bin jetzt hier so ein bisschen paranoid oder so ähm aber ich mache mir halt auch immer die Gedanken drüber ja also wie kann es dazu kommen ja warum wird so etwas so gemacht oder nicht gemacht was denkt man sich dabei ja also das sind so alles so Punkte wo ich sage pfff verständlich nicht verständlich nachvollziehbar nicht nachvollziehbar wisst ihr was ich meine und ähm ich komme halt zu dem Punkt wo ich sagen muss ähm ja einige Sachen sind für mich definitiv nicht nachvollziehbar halt da bist du da rein aber ey das ist ja äh mir fehlen die Worte ehrlich das ist also erstaunlich also ich dachte eigentlich ich bin da so ein bisschen ähm fitter was das angeht ähm und halte da ein bisschen mehr aus aber ähm ihr seht selber ähm alleine dieses Rumgelaufe ja das nervt mich ja selber immer aber ich lasse mich da echt mitreißen es ist so keine Ahnung also ich bin gespannt am Sonntag ja vielleicht gibt es äh auch am Sonntag ähm ja auch äh direkt nach dem nach der Vorstellung oder der Fragerunde vom von diesem Community Dings Boomster ich weiß gar nicht wie man das bezeichnet äh Frage-Antwort-Spiel ähm ne eigentlich sind nur noch Antworten Fragen sind ja schon gestellt worden ähm auch nochmal äh ein Aftertalk vom Schollämmchen weiß ich noch nicht was ist denn mit deine Mafia-RP Chaotix welchem welchem Mafia-RP was will was soll ich denn jetzt hier machen hast du für das Handhaus Werbung geschaltet Nina Brain ja die Leute machen hier Werbung und wir wissen ja auch dass es dass die Leute wissen dass es das Handhaus gibt so ist es ja nicht und ja Odin äh prinzipiell ja aber also ich kann doch jetzt nicht also ich kann doch mit einem Pfandhaus oder als CEO von einem Pfandhaus jetzt also eigentlich habe ich es schon getan ja aber du kannst ja jetzt nicht erwarten dass das Pfandhaus oder die Angestellten jetzt in der Southside als Beispiel ja oder bei den Crime-Laden anklopfen und sagen ey wenn ihr euren Shit loswerden wollt dann geht ins Pfandhaus ja das müsste eigentlich von denen kommen das heißt wenn die was haben müssten die versuchen ey wir haben hier was können wir das verticken ja irgendwie auch immer na du warst oft für Napier am Start oder ist das nicht mal so doch Chaotix TV aber ähm wir haben halt immer sehr gut miteinander gearbeitet definitiv aber das ist ja wo ist denn da dieser Zusammenhang ich kann ja jetzt da nicht hingehen und sagen ja Herr Napier ich würde nun ja ich sehe das jetzt so ähm ich würde gern in ihrer äh wie nennen die das Familie glaube ich äh Familie aufgenommen werden so läuft das ja nicht also entweder die sehen etwas oder man sieht das halt nicht ja ja bei Nexus Para jetzt mal ganz im Ernst also die letzten zwei Tage ich glaube das war die letzten zwei Tage also gestern und vorgestern ja äh nicht vorgestern vor drei Tagen weil vorgestern hatte ich ja Pause gemacht ähm ey ich gehe ich gehe im Süden spazieren ich gehe mit meiner Kippe die unglaublich lange brennt im Süden spazieren ja und ich sehe da keinen ja so und ich bin da eine halbe dreiviertel Stunde echt unterwegs kann mir vorstellen dass Stritz hier in puncto Crime der richtige im Funthaus ist der da wieder was auf die Beine stellt ja aber ähm es ist ja auch nicht so sein sein seine eigentliche Intention ähm so dieser Notnagel zu sein das dürfte er auch nicht vergessen Frage ist wie lange die Familie noch hält nachdem der Don weg ist der Don ist weg nach China oder was ja das sind natürlich Informationen Nexus Para ne natürlich aufpassen so ein Schalom weiß davon ja nichts ja weiß ich auch nicht ja aber wie gesagt immer dran denken Meta ist es erst wenn der Spieler dieses Wissen IC benutzt ja wie gesagt ich würde einfach nur immer drauf ich versuche mich ja selber nie zu spoilern ja und deswegen ist das ja kontraproduktiv wenn das im Chat passiert wisst ihr was ich meine aber ihr kennt das ja ich meine ihr seid ja nicht nur hier unterwegs sondern ihr werdet ja auch mal bei dem einen oder anderen reinge aber wie gesagt also aktuell muss ich wieder sagen ich bin in einer in einer wie nennt man sowas in einer Welle gerade gefangen der Gefühle mit einem hoch und ab einem up und down obwohl die Downs immer häufiger und auch immer kurzfristiger kommen ich muss ganz ehrlich sein warum tut man sich sowas an warum also es kann doch nicht sein dass man hier wirklich nur zwei Hände voll kreative Leute am Start hat wo ist die Kreativität alles gut Nexus also wie gesagt ich bin da auch niemanden böse ich einfach immer nur immer wieder in Erinnerung rufen ja wie gesagt ich versuche mich da so so weit wie möglich immer auch aus anderen Streams rauszuhalten um da nicht ganz so viel mitzubekommen ja wie gesagt ich bin dabei meine Angabe glaube ich irgendwo bei 90% oder so man kriegt trotzdem immer mal was mit na klar ja also es wäre gelogen wenn ich sagen würde ich habe nie woanders mal reingeguckt aber sobald ich irgendwie gemerkt habe das hat mit meinem RP-Strang zu tun oder so natürlich bin ich daraus ja deswegen sage ich 90% aller Streams gucke ich nicht und ähm also auf dem Projekt hier aber ich muss halt sagen ich bin halt auch ehrlich und das ist jetzt so ein Gedanke der mir durch den Kopf schießt also wenn es ein ein Projekt geben würde wo ich wüsste RP-Qualität wäre sehr hoch würde ich dem Projekt hier auf jeden Fall das alles Gute wünschen ja so ein Projekt geht nicht kaputt definitiv nicht mein altes Projekt wurde auch 20 mal tot gesagt und das gibt es immer noch die Spielerzahlen sind einfach nur runtergegangen und das ist das einzige was mit Projekten dieser Art auch passiert sie werden nicht kaputt gehen ja das ist Schwachsinn aber ähm ja Kautix ich muss ganz ehrlich sagen ich habe wirklich ich weiß nichts über Storyline wirklich nicht gar nichts also ich habe 10, 15 vielleicht in der Summe eine halbe Stunde Storyline RP über Maxwell und Lysatan aka ehemalig Kollege Reigns geguckt mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen ähm ich denke es gibt viele Kreative auf dem Projekt aber ich befürchte dass ein großer Teil davon nicht angehört oder ignoriert wird Odin weiß ich nicht kann ich nicht zu sagen möchte ich auch nicht großartig beurteilen ähm prinzipiell ist das ganz oft so aber aber wie gesagt ich bin ehrlich meine Motivation ähm geht wieder Richtung Null ähm hier weiter zu spielen ähm ich bin aber ein Freund von Sachen der ähm gerne mal ähm natürlich raged ja also in der Rage sich redet ähm dann eine Nacht drüber schläft und äh dann Entscheidungen trifft ähm aber ich muss auch halt ehrlich sein ich habe gerade jetzt jetzt in diesem Moment ja wenn ich dieser Typ Mensch wäre würde ich sagen ey ganz ehrlich der Charakter reißt heute aus und ähm das war's dann mit dem Projekt also da ähm ich weiß nicht was ich weiß nicht was das ist ganz ehrlich ich kann es noch nicht mal beschreiben sowas 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 kenne ich tatsächlich auch noch nicht das sind Erfahrungen die sind für mich neu ich weiß nur dass Crime ist da stark und RP soll gut sein vielleicht braucht Schalom auch einfach mal Urlaub für ein bis zwei Wochen ja das kann es tatsächlich auch sein ähm das Problem das Problem was ein anderes Projekt mit sich bringt bei mir ist so ähm ich würde wahrscheinlich das ist einfach jetzt eine aktuelle Vermutung nicht parallel irgendwo spielen ja also zwei zwei Projekte gleichzeitig zu bespielen ich glaube das würde ich nicht machen weil ich das einfach auch klar glaube ich gar nicht irgendwie unter einen Hut bekommen würde weil dieses Umdenken Gesetze da anders hier anders da und hier die Namen und so weiter ich habe sowieso schon Probleme mit Namen ähm das glaube ich würde ich ähm nicht machen also wenn da muss ein Projekt also wie gesagt ich weiß es nicht aktuell mir geht wieder durch den Kopf ich bin 13 Monate hier und eigentlich bin ich da wo ich vor 13 Monaten war und ähm auf der einen Seite frage ich mich natürlich auch warum viele von den guten Erpelern auch weg sind ähm was hat sie dazu getrieben ja es heißt nicht dass die die da sind keine guten Erpeler sind ja also nicht falsch verstehen das meine ich nicht aber es gibt ja einige äh wirklich viele andere die ja auch schon weg sind und ähm manchmal würde ich mich frage ich mich wo bei denen so die Intention lag das Projekt zu verlassen ähm aber wie gesagt ich kenne das aus der Vergangenheit es waren ja auch wieder es waren ja welche weg sind ja nun wieder gekommen und ähm aber jetzt aktuell wie gesagt also ich habe gestern angefangen auch White Pixel zu spielen um mir das RP da mal anzugucken und ich muss sagen was ich bis jetzt so erlebt habe ist das RP da recht schwach okay und nächstes Paar schreibt da oben tatsächlich noch ich würde sagen das ist Unmut nicht voranzukommen ja also wenn du seit wirklich über einem Jahr non-stop ja das ist ja jetzt wirklich non-stop wo ich jetzt hier bin mit immer mal zwei drei Tagen Pause oder so oder ich glaube das höchste was ich einmal hatte war eine Woche ähm ist einfach ich gebe dem Projekt was habe ich damals immer gesagt ich gebe dem Projekt Zeit wir gucken uns das noch an das Projekt braucht noch Zeit es gab eine Umstrukturierung das Projekt braucht Zeit das Projekt braucht Zeit ja also irgendwie als wäre ich in so einer Dauerschleife mit dem Spruch das Projekt braucht Zeit ja ähm die Leute arbeiten noch dran ja okay das Projekt braucht Zeit aber das kann ja nicht äh also wie gesagt nicht falsch verstehen ich bin jetzt gerade so ein bisschen ich habe mich in Rage geredet glaube ich ähm aber das kann ja nicht dieses Allheilmittel sein ähm um dem Projekt immer wieder und immer wieder und immer wieder und nochmal und noch weiter und noch länger und noch mehr Zeit zu geben für irgendetwas was man sich selber und das ist jeder nochmal nicht falsch verstehen jeder kann das selber für sich entscheiden wo er spielt es zwingt mich hier keiner zu spielen ja also wenn ich heute sage ich bin hier weg ähm dann gibt es da keinen der mich da aufhalten würde ja ähm oder könnte ja weil wenn ich meinen Rechner ausmache mache ich meinen Rechner aus ganz einfach und ähm aber ich bin halt wieder an der Situation wo ich wirklich gedacht habe irgendwie ey ich würde ja so gerne auch mal GTA RP spielen aber wenn man da nur am Wochenende daheim ist ist das immer doof Ninja Brain ja das ist natürlich so also schwierig auf jeden Fall gestern kam ein mega RPler zurück auf Lucky was mich sehr freut bringt bestimmt etwas frischen Wind Odin ja aber ganz ehrlich das nochmal also eigentlich und da muss man halt auch da bin ich halt auch ehrlich ähm irgendwann muss ich halt auch mal egoistisch sein und sagen ey ganz ehrlich eigentlich ist es mir scheißegal wie es wie andere das empfinden wenn mir das nicht gefällt dann ist das so ja dann kann das für alle anderen schön sein wenn ich sage es gefällt mir nicht und es passt mir nicht und es stört mich so vieles ähm und es ist es wird unglaublich langweilig ja weil einfach die Konzeptionierung eine unglaublich schlechte ist ja ähm dann ist das meine Einstellung und meine Meinung dazu und dann interessiert es mich auch nicht ob da die besten RPler der Welt irgendwo sind ich spiele ja nicht auf einem Projekt weil da gute oder der gute RPler ist ja sondern weil ich mein RP dort spielen kann und ähm ja ich spiele ja auch nicht hier weil hier Streamer spielen ja also nochmal damit ihr das wirklich versteht als ich angefangen habe mit dem Stream ja ähm im Dezember also bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal wer Heideltrott ist wer ist das oder diese Pandora ja äh seine seine Schwester glaube ich habe ich jetzt im Nachgang mitgekriegt keine Ahnung wer das ist ist mir ja auch Banane mehr oder weniger wisst ihr was ich meine ich spiele nicht hier weil hier Streamer spielen oder ich spiele hier nicht weil der oder der hier spielt sondern weil ich hier gutes RP haben kann aber es nimmt halt immer mehr ab und das ist meine meine subjektive Meinung aktuell dazu jetzt gerade in dieser Situation weil ich auch mich in Rage geredet habe ist wie wir schaffen das und äh wir sind am Umbauen in der Staatsanwaltsreform ist in PD auch gern gehört ja ich finde halt man hört zu wenig auf die guten Spieler was RP und Ideen angeht und vieles wird künstlich reguliert ja also diese Regulierungsgeschichte muss ich sagen das ist äh also eine Sache tatsächlich die ich anders machen würde eine ja dieses absolute Regulieren und diese Panik davor dass hier zu viel Crime entstehen kann aufheben Crime alles geben was Crime braucht ja weil Crime ist einfach ein eine Stütze auf jedem Scheißprojekt ihr könnt mir erzählen was ihr wollt ja Crime ist ein Part der ist genauso wichtig wie ein Part PD und auch natürlich Justiz ja aber wenn man Crime so reglementiert und mehr oder weniger tot reglementiert dass wir bei Vargos 3.0 sind oder ist das 3.0 4.0 ich hab's schon vergessen ich glaube 3.0 ähm ja und äh Grove Street und wie die da unten alle heißen keine Ahnung ähm 2.3.4.0 ähm ja dann läuft da was falsch strikes again hallo deine Gedankengänge sind doch legitim aber vielleicht ist es einfach nur das eingültige Zeichen dass dieses Projekt dann nichts für dich ist strikes again ja tatsächlich muss ich sagen ähm in der aktuellen Situation aber wie gesagt ähm das gehört halt auch dazu das muss ich halt auch sagen ich rede in manchen Situationen oder ich bin sehr emotional in manchen Momenten das kann sich aber morgen nachdem ich drüber geschlafen habe und einfach auch mal runtergekommen bin sich auch wieder ändern ja weil wie gesagt ich bin ja auch nur ein Mensch ja und äh das ist äh gehört halt zu mir dass ich halt in manchen Momenten sehr emotional bin und so auch dann rede und reagiere ja ne reagieren eigentlich nicht weil reagieren tue ich eigentlich erst wenn ich mir sicher bin mir meine Gedanken drüber gemacht zu haben aber ähm ja werbal reagiere drauf ja also so wie ich das jetzt gerade mache und wie gesagt eigentlich muss ich sagen ähm pff weiß ich nicht ja 13 Monate ähm okay gewesen aber ähm vielleicht ist es das dann doch nicht gewesen richtig bingo und ich schaue Shalom weil das RP geil ist und der Typ dahinter nix schön redet halt ehrliche Meinung ja nex also wie gesagt das war ja meine Grundintention deswegen ja auch immer dieses offene und ich zeige euch was ich mache wie ich es mache und was ich auch denke damit ihr einfach auch mal wirklich in den Gedanken möglichst dabei seid weil das eine ist das Sehen und das andere ist das wie komme ich da drauf ja ähm einfach mal eine andere Form zu zeigen wie es möglich ist und ähm das gehört meiner Meinung nach dazu ja und ich bin kein Freund davon und ich lasse mir auch keinen Honig ums Maul schmieren oder sonst was ähm ich habe tatsächlich das muss ich auch sagen eine Discord Nachricht bekommen ähm dass mein äh letzter Talk tatsächlich negativ ähm unter Umständen auch von einigen Leuten dieses Projekts aufgefasst worden sind und dass man mir das natürlich so ein bisschen jetzt auch zu spüren gibt das ist eine Option die da in den Raum gestellt worden ist wo ich sagen muss also wenn das wirklich eine Intention ist ähm dann ist das also wie gesagt wenn ja es ist nichts bestätigt es ist nur jemand der mich angeschrieben hatte und mir das gesagt hat beziehungsweise nicht gesagt sondern geschrieben hat ähm dass das unter Umständen eher kontraproduktiv für mich auch für mein RP auf diesem Projekt sein könnte dann muss ich sagen äh sorry äh liebe Leute die die das falsch verstanden haben ähm ich bin ein freier Mensch ja ich bin ähm selbst entscheidungsbefugt für das was ich hier mache und äh was ich tue und ich lasse mir nicht vorschreiben etwas zu beschönigen was ich nicht schön finde ähm und ich lasse auch etwas nicht schlecht oder ich rede etwas nicht schlecht weil andere Leute der Meinung sind es ist etwas schlecht sondern ähm alles aus meiner Sichtweise ja und ich sage halt auch immer ganz wichtig ähm das ist meine Sichtweise das betrifft hier keinen anderen und das ist nur meine Meinung wie ich das für mich persönlich empfinde 20, 30.000 andere können das gut finden ja die können da den Daumen heben und sagen so ein geiles Projekt wie dieses hier habe ich nirgendwo anders gesehen und sonst was alles okay ja aber auf der anderen Seite gibt es halt auch die Leute die dann sagen ey das ist halt nicht meins und äh das passt das und das passt mir halt nicht und in der Situation bin ich jetzt gerade wieder und diese Wellen nach unten ähm sind mir eigentlich jetzt aktuell zu viele ich mache mir zu viele Gedanken drüber ähm und das ist nur ein scheiß Spiel und das ist nur ein Projekt von ganz vielen Projekten ähm und ich würde dieses Projekt definitiv nicht in den Himmel loben ähm auf gar keinen Fall ähm es ist nur das Projekt wo ich aktuell spiele äh aber wie gesagt nächstes Fahrer vielen vielen lieben Dank ähm für dein Kompliment äh in deinem Text Odin schreibt äh da hast du vollkommen recht äh du bist nicht Mutter Teresa du denkst oft zu sehr an andere was dein RP Wachstum bremst du solltest wirklich mehr an dich und dein RP denken dein RP ist super finde ich Odin auch da vielen vielen lieben Dank für deine netten Worte aber das ist meiner Meinung nach weiß ich nicht ob ich da falsch denke also ich als RP Spieler muss doch auch an andere RP Spieler denken warum weil ich doch mit dem am Ende zusammen spielen möchte egal welche Position sie im RP einnehmen ja also ob das jetzt nur ein anderer Anwalt ist äh ein P-Dealer ein Crimeler oder ein normaler Zivilist ist ähm aber ich muss doch auch an die denken ja aber wenn ich überlege dass ein Schalom seit 13 Monate hier ist und dieses RP in egal welche Richtung ich das gerne machen möchte für mich für diesen Charakter den ich so geschaffen habe wie er ist nicht möglich ist dann muss ich den Charakter halt irgendwo dann auch rausnehmen und beiseite packen ja dann ist er halt nichts für dieses Projekt Crime ist halt ein großer Pfosten im GTA Nexus Barra richtig sehe ich genauso gutes Crime fordert ja auch PD, RP und Justiz und so deswegen sage ich ja also das eine greift das sind ja wie Zahnräder die ineinander greifen ja und die die müssen da ja auch miteinander kombiniert werden also die funktionieren ja nur wenn das andere funktioniert so aber was funktioniert denn jetzt jetzt sind wir mal ganz ehrlich was funktioniert denn hier ja was ist denn hier was wirklich funktioniert also ich sehe hier nur Baustellen ich sehe nur Baustellen und immer nur wieder ja es dauert ja ich bin ja auch hier seit 13 Monaten ich sehe das ja auch seit 13 Monaten dass es dauert ja du investierst hier deine Freizeit und wenn du dann nichts zurückbekommst an dem du Spaß hast ist es halt schade Nina Brain ja aber das sind halt so die Momente die die werden halt immer häufiger also nochmal nicht falsch verstehen ich bin im Real Life jemand ja und habe mit meinem Charakter auch so gespielt der 2, 3, 4 Stunden lang stupide an einem Tisch stehen kann ja seine Akten gemacht hat und auch warten kann das ist es nicht aber ich bin seit 13 Monaten hier ich bin nicht hier der neue Kontakte knüpfen muss und Shalom kennt Gott und die Welt im Staat ja aber er war von Tag 1 nicht derjenige der auf eine Party geht nicht in irgendeinem Kreis steht und Smalltalk führen will ja das ist er nicht das das passt nicht zu ihm ähm hat er nie gemacht ja und trotzdem ist ist nicht so viel möglich wie ich gedacht habe es wäre möglich was er steht ähm rom ic bestraf bestrafung was du oc denkst nächstes war also wie gesagt es ist nur jemand der hatte mich angeschrieben der meinte ob dieser talk nicht kontraproduktiv für mich als Spieler und für meinen rp-char gewesen sein könnte wo ich gesagt habe naja gut ähm auszuschließen ist ja nichts ja also ich schließe ja nicht etwas aus was ich nicht weiß aber ich kann es halt auch nicht bestätigen dass also nochmal hier ist überhaupt nicht es ist nur jemand der sagt dass man natürlich auch vorsichtig sein in dieser gta rp-bubble ja äh sich so zu äußern wie ich mich manchmal äußere wo ich gesagt habe ey ganz ehrlich wem es nicht gefällt der braucht ja nicht gucken der kann ja auch ausschalten oder woanders hingehen ah ja wo bin ich die denn älter Professor El-Shalom einen wunderschönen guten Abend Herr Professor ja schönen guten Abend Frau Falk äh hallo ich fall mal ganz ungaland einfach mal mit der Tür ins Haus ich hab mal eine eine Frage ähm wo ich denke dass ihr Rechtsbeistand oder auch ihre Unterstützung sicherlich gar nicht so schlecht wäre ähm wie stehen sie zur Legalisierung von Drogen zu Legalisierung ähm ähm tatsächlich kenne ich jemanden der eine Geschäftsidee hat äh was allerdings eine Gesetzesänderung mit sich bringen würde ähm ich würde jetzt mal sagen so etwas wie Gras zu legalisieren ja also das ist natürlich äh 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 einen Bereich über den könnte man äh Stunden, Tage und sogar Wochen und äh wenn ich ehrlich bin auch Monate diskutieren da gibt es Pros und Kontras äh die da angeführt werden äh ich spreche da tatsächlich aus der Erfahrung ähm als Senatsmitglied eines anderen anderen Bundesstaates wo das genauso besprochen worden ist ähm Problematik ist tatsächlich äh dass der Staat hier das so in dieser Form wahrscheinlich nicht vorsehen wird ähm ähm der Staat ist mit einer Gesetzesänderung äh den Bürgern mehr oder weniger entgegengekommen dass es ja eine Freimenge gibt äh und zwar bis zu drei Einheiten von Marihuana äh äh und äh diese Droge ist tatsächlich als einzige ähm ähm ausgenommen ähm es gibt ja noch weitere Kategorien und Klassifizierung äh der Drogentypen äh die sind da ausgenommen aber äh drei Einheiten von Marihuana sind tatsächlich ähm erlaubt ich glaube das ist ähm was hier ähm der Staat vorsieht auch das Maximum aktuell okay also da ich finde weitere äh Strebungen äh die Legalisierung von leichten Drogen wenn wir sie so überhaupt nennen können ähm das ist ein bisschen schwierig aber ich weiß was Sie meinen ja ähm ja ich glaube die würden ins Nichts führen das wäre schade weil äh insbesondere ähm ich würde mal sagen der Besitz von drei Gramm setzt ja voraus dass man es irgendwie bekommen haben muss und äh den Handel dann unter Strafe zu stellen ähm man könnte es natürlich auch galanter lösen indem man ein Ladenlokal ähm vielleicht mit eigenem Anbau macht und äh für diejenigen die nicht so gerne rauchen vielleicht auch irgendwie in Form von Gummibärchen oder Muffins oder Cupcakes äh das dann auch legal einfach zum Verkauf anbietet und das war tatsächlich die Idee eines Bekannten und ähm er sagte schon dass er sich da wohl schon umgehört hätte und äh vermutlich eher auf Granit beißen würde ähm was natürlich dann auch diese Gesetzesänderung ja quasi notwendig machen würde und ich hätte nur gedacht wenn man da einen Patentenanwalt zu seiner Seite hätte der vielleicht auch gar nicht abgeneigt wäre ähm wie soll ich das sagen quasi für die Bürgerrechte einzustehen und äh wäre einem sicherlich sehr geholfen ja ich bin da voll bei Ihnen ähm ich bin auch prinzipiell erst mal gar nicht abgeneigt äh bei sowas aber äh ich kann Ihnen tatsächlich ähm noch andere Beispiele geben äh wo das ähnlich gelagert ist ähm wo es hier im Staat Gesetze gibt die dem ähm ganz klar widersprechen und zwar ähm allgemeine Sportgeräte ähm wie ein Baseballschläger sind hier tatsächlich im Staat als eine legale Gegenstand definiert jedoch der Handel mit diesen Gegenständen ist Ihnen untersagt das heißt wenn Sie Sport treiben möchten können Sie zwar einen besitzen Sie dürfen aber diese Gegenstände nicht handeln ähm ähnlich gelagert ist das mit einem ja Klappmesser ja viele nehmen das um seinen Apfel aufzuschneiden ähm ja eine Schnitte zu schmieren oder sonst wie im Haushalt äh zu benutzen ähm ja der Besitz ist legal der Handel ist tatsächlich illegal und hier reden wir von tatsächlich aktuell legalen Gegenständen ähm Sie sind bei dem Punkt Sie reden über einen illegalen Gegenstand den Sie legalisieren möchten das heißt der erste Schritt wäre tatsächlich in einer Gesetzesänderung dieses was ich Ihnen als zweites Beispiel genannt habe erstmal zu legalisieren ähm weil das der einfache Part wäre weil es ist ein legaler Gegenstand aber der Handel ist illegal ähm bevor man dann in einen illegalen zu einem illegalen Gegenstand wechselt den legal machen möchte und damit auch den Handel wissen Sie was ich meine ja was heißt hier ist glaube ich nicht so in unserem Interesse nein aber wie gesagt die Gesetzeslage ist hier eindeutiger also das ist ein legaler Gegenstand aber Sie dürfen auch diesen nicht handeln Sie dürfen ihn zwar besitzen Sie können 100 Stück davon haben aber Sie dürfen nicht handeln weil das wäre illegal und genauso ist das jetzt mit einem Messer einem Golfschläger unter Umständen Brecheisen und da gibt es ja eine Liste das sind legale Gegenstände aber Sie dürfen diese dürfen Sie so nicht handeln und da haben Sie tatsächlich dann diesen Knackpunkt und Sie möchten jetzt tatsächlich die nächsthöhere Stufe angehen und zwar einen illegalen Gegenstand Marihuana als Beispiel oder Cannabis im Allgemeinen mit den ja ich weiß nicht Produkten die da abfallen können ich bin da jetzt kein Chemiker und auch kein Biologe der da jetzt so in der Materie drin ist aber da ist ja einiges möglich was man da auch mit Hanf machen kann ähm 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 also irgendwie für Schiffe Seile Taue genau ja also aber auch alleine Viehfutter glaube ich äh über die Samen als Beispiel ähm ist ja ähm nicht unüblich ähm ähm aber das ist tatsächlich der schwierigere Part das heißt die eigentliche Anstrebung einen legalen Gegenstand frei zu bekommen damit man den handeln kann ist schon sehr schwer fast unmöglich aktuell nach der Gesetzeslage und der Part jetzt mit äh dem illegalen Gegenstand diesem Marihuana und äh diesen Produkten den in einen legalen Gegenstand zu verwandeln ähm und dann auch noch den Handel zu erlauben äh muss ich Ihnen sagen ähm ist die Chance gegen null auf jeden Fall aktuell auch wenn ich da voll bei Ihnen bin und ähm ja ähm auch einige Prost dafür hätte was meinen Sie was müsste passieren dass ähm dass das ein bisschen leichter würde wenn man eine breitere Masse der Bevölkerung hinter sich hat vielleicht ähm Demonstrationen oder ähm Naja also Naja gut also prinzipiell sind das ja ähm Gesetze die verändert werden müssen äh oder abgeändert werden müssen die hier im Staat tatsächlich ja über ein Gremium laufen ja in anderen Staaten würde man das Senat nennen äh Parlament je nachdem ja wo sie sich da gerade befinden ähm ähm und hier ist das im Endeffekt so sie können gerne Vorschläge einreichen beim Chief Justice äh oder dem Department of Justice im Allgemeinen okay und äh dort anregen dass es eine Gesetzesänderung äh in diesen Bereichen gibt und jetzt kommen die Pros die sie natürlich aufführen müssten ja also was weiß ich teilmedizinische Nutzung ja also es gibt ja auch ähm ja weiß ich nicht also Leute die unglaublich verkrampft sind Schmerzen haben äh als Schmerzmittel die viel arbeiten müssen da gibt es ja jetzt auch Gesetzesänderungen da werden die Leute sicherlich sehr überarbeitet sein und sich zwischendurch ein bisschen entspannen müssen ja zum Beispiel ja also wie gesagt ähm depressive Geschichten wo man nicht gleich auf Chemie zurückgreifen muss sondern auf natürliche Heilmittel zurückgreift ähm und so weiter dann müsste praktisch diese Auflistung von ihnen kommen wo sind die Pros ja und äh das als Anstrebung für eine Gesetzesänderung ähm einbringt ähm aber wie gesagt äh das ist dann äh da muss es nicht Demonstrationen geben weil sie müssen sich vorstellen ähm das entscheiden ja ähm Politiker ja und die sind ja eigentlich vom Volk gewählt so ähm und da müssen sie einfach äh das gut genug begründen können um dass äh sie da gehört werden ähm ich hab jetzt eine Idee wenn ich mir dazu Gedanken machen würde und äh das zu Papier bringen täte hätten sie dann vielleicht Lust da mal drüber zu schauen dass ich dann nochmal auf sie zukommen kann äh prinzipiell ähm stehe ich da offen für ja okay ja dann ähm würde ich sagen verbleiben wir erstmal so ich danke ihnen für die Anregungen die sie mir mitgegeben haben und ähm die Ansätze und dann werden wir sicherlich in Zukunft nochmal voneinander hören Frau Volk sehr gerne ich wünsche ihnen einen bezaubernden Abend ebenfalls alles Gute ja danke tschüss tschüss ja Dauge schreibt das tatsächlich und Shalom äh wird Stammkunde Nexus-Fahrer ach Leute und Odin schreibt wenn das mal kein Zeichen ist ja aber genau das ist es ja also Stritzi der Auge schreibt das Gras legalisieren die einzige Drücke die im Umlauf ist das arme Crime und hi grüß dich Stritzi ja Winter und Nitro Pro vielen vielen lieben Dank für eure Follows und herzlich willkommen bei dem Klugscheißer der jetzt gerade mal wieder so ein bisschen am rumjammern ist vielleicht nochmal ganz kurz ich habe mich hier gerade so ein bisschen in Rage geredet und mich wieder in alte Muster zurückfallen lassen ja was soll ich sagen Leute das ist mir tut es ja selber unglaublich leid aber einen Haufen vor dem DOG aufschütten und anzünden damit die erfahren wie gut das Zeug ist Nexus Fahrer ja auf jeden Fall also Shalom geht es immer gut danach habe ich eigentlich meinen Trend bei den habe ich zu Hause reingepackt glaube ich passender Anruf Chaotix ja aber ja gut so ist das halt so ist das halt manchmal also so eine als Intention für RP ist die Idee ja nicht schlecht ja aber da kommt halt wieder dieses Part oder dieser Part zum Tragen die Idee okay die Umsetzung wird ganz klar scheitern ja ich habe das ja versucht im RP so ein bisschen zu verpacken wo ich natürlich die Problematik sehe also nochmal diese Geschichte mit mit diesen Messern ja das ist das also ja hä ja Baseballschläger hä Golfschläger verstehe ich alles nicht ja das ist so hä okay sie haben Angst wegen ihren scheiß Schusswaffen dass der Markt geflutet wird dass Los Santos San Andreas hier untergeht in Waffengewalt und alle sind nur noch am ballern wie die Verrückten und alle sind ja Massenmörder geworden und die haben nichts anderes mehr zu tun als mit der Knarre unterwegs zu sein und zu schießen und weiß ich nicht was zu machen ja aber Cowartex das mit den Waffen ist eh lächerlich ja aber das ist ja nicht der Anfang also es fängt ja schon woanders an wo es lächerlich wird ja das ist ja im Endeffekt schon du bist mit dem Punkt bin ich ja ich bin ja voll bei dir aber das ist ja schon fast der letzte Punkt wo ich sagen würde ey das ist lächerlich ja aber es fängt doch schon wo ganz anders an ja und da sind wir wieder praktisch bei dem bei der Konzeptionierung von dem ganzen Crime-Scheiß der ist scheinbar ja weiß ich nicht entweder er ist ausgearbeitet und die Leute sind nicht in der Lage das umzusetzen oder er ist nicht ausgearbeitet und keiner weiß was man jetzt eigentlich zuerst machen soll ja wo wir wieder bei dem Punkt der Baustellen auf dem Projekt sind ja überall sind Baustellen zu finden eigentlich müsste hier alles überall das Ding müsste hier eigentlich aus einer Beta wieder zurück in die Alpha versetzt werden weil eigentlich ist man noch gar nicht so weit ja wir haben jetzt hier wir gucken jetzt hier mal auf die Karte ja wir haben nette und das finde ich wirklich mal schön nette Punkte hier für den Haltestellen das ist wirklich ein Highlight ja LS Transit ach so guck mal hier ich bin sogar die Haltestelle mal gucken wie heißt denn die Haltestelle hier das wäre Chamberlain Okay also ja nett aber ihr wisst ja was man über nett sagt nett ist der kleine Freund von scheiße naja legal Messerhandel hat nur das Pfandhaus ist somit auch ein Monopol Nexus also ganz ehrlich ich mit dem Spruch müsste ich jetzt hier eigentlich die Decke hochkrabbeln ähm das scheiß Pfandhaus ist meines Wissens nach ja also hier IC Shalom ja nicht einmal in den Besitz von einem scheiß Messer gekommen wer verkauft denn auch sein scheiß Messer an das Pfandhaus das Ding ist 1000 x Dollar auf der Straße wert ja jetzt würde Shalom oder das Pfandhaus herkommen und sagen ey wir geben dir 600 dafür maximal er gibt keinen Sinn weiß was ich meine so meine Anfrage bei Horizon damals ich will Messer kaufen offiziell hier ich mach's nochmal wo haben wir denn hier Horizon noch gerade mal gucken wo findet man hier nochmal Horizon wie waren das hier Horizon Industries so da hab ich schon mal angerufen wenn wir jetzt mach's nochmal mal gucken ja Horizon Industries ich bringe Herrn Polanski hallo Herr Shalom ah Herr Polanski ja schönen guten Abend wie geht's Ihnen ja soweit ganz gut Sie arbeiten ja mir geht's auch gut Sie arbeiten bei Horizon ja ich bin ja CEO jetzt ah ja okay was sag ich dazu herzlichen Glückwunsch ja vielen Dank ich dachte das hätten Sie vielleicht schon von Mr. Farkas oder so erfahren äh nee tatsächlich nicht ja gut dann wissen Sie es jetzt okay ja ähm gut dann habe ich ja direkt mal einen Ansprechpartner und eine Frage ähm ja Messer äh würde ich gerne ankaufen legal tatsächlich ich habe eine Lizenz dafür okay für mein Unternehmen ähm ähm was war es Porn was hatten die Fundhaus Pornshop genau ja stimmt da hatten Sie ja damals schon mal angerufen deswegen wir hatten glaube ich hatten wir damals mal miteinander gesprochen als ich das erste Mal waren Sie das ja richtig da hatten Sie mit mir gesprochen da war das ja die Sache dass die ganze Führungstätage da weg war stimmt stimmt ja ich wusste jetzt nur nicht mit wem ich da gesprochen habe aber ja gut dann wissen Sie es ja eigentlich ja wie sieht na äh der aktuelle äh Marktpreis eigentlich aus beziehungsweise äh die Preisgestaltung Klappmesser ne mhm äh lass nämlich mal kurz nachschauen ja verkaufen wir für 1450 Sie verkaufen die für 1450 ja richtig bei einer Mindestabnahme von wie viel oder gibt es keine der Einzelpreis achso der Einzelpreis genau für ein Meter sind die aus Gold gemacht wenn ich fragen darf ne also ja ich bin da gerade noch alles so am Plan ich muss mir das selber erstmal anschauen ähm was man dafür alles so benötigt um den Messer da zusammen zu zu basteln ja ähm warum ich hab da erst vor kurzem vom DOC die ganzen Pläne bekommen wie man die Sachen zusammenbaut ja äh da muss man mal gucken ob man da vielleicht am Preis auch noch was machen kann aber eigentlich ist das ja diese Sache weiß ich da also ein bisschen Mr. Napier die Hand auch drüber vielleicht sollten sie mit ihm da drüber sprechen was das Thema angeht ich will tatsächlich nicht über Mr. Napier's Kopf entscheiden aber auch wenn ich da auch wenn ich CEO bin okay gut alles klar ich wollte gerade sagen ich hatte richtig verstanden sie waren CEO aber okay dann ja eins und eins ähm ähm ja gut alles klar ich hab jetzt nichts gesagt was ich nicht hätte sagen dürfen nein alles gut wie gesagt also die Geschäftskontakte zu Herrn Napier ähm das passt ja soweit alles das ist ja auch alles in Ordnung ähm ich würde einfach mal zeitnah anklopfen mal nachfragen ja genau wie gesagt ich würde das auch WSL erwerben ähm Baseballschläger Golfschläger und so weiter äh produzieren sie auch oder ähm Golfschläger nicht aber das andere okay ähm wie sind da die Preise oder wissen sie die auch noch nicht oder sind sie da gerade irgendwie ähm ganz frisch und müssen da erstmal gucken ja ich muss tatsächlich also ich kann ihnen jetzt einfach nur die Preise sagen wie sie drinnen stehen im RDP-System vom Vorgänger da muss man halt gucken ob man da das irgendwie neu kalkulieren kann also Baseballschläger steht hier mit 1200 und das sind wirklich ihre Verkaufspreise genau also ich überlege gerade ich denke mal laut damit sie wissen wo ich da gerade bin ich überlege gerade bei so einem Einkaufspreis für wie viel verkauft man denn sowas also ich sag mal so also als Unternehmen müsste ich ja mindestens 50% aufschlagen damit ich plus minus 0 wenigstens ähm bei dem Geschäft rausgehe und wenn ich da 50% draufschlage dann bin ich da nochmal bei 725 äh bin ich bei 2100 und äh 75 Dollar für ein Messer ja also ich denke die Preise müssen eh neu kalkuliert werden das hat sich auch bei LSR da ein bisschen was geändert was die Materialien angeht die Rohstoffe die ich da einkaufe ja hat sich auch preislich hier und da geändert also ich werde eh nochmal mich hinsetzen müssen und da ein bisschen neu kalkulieren ok das andere war 1200 war der äh der Golfschläger richtig Baseballschläger ach der Baseballschläger haben wir nicht ah Baseballschläger ok nur Klappmesser und Baseballschläger ja ok ja perfekt dann haben sie mir auf jeden Fall schon mal deutlich weiter geholfen ähm wegen der anderen Geschichte frage ich einfach mal bei Herrn Nepje nach und ähm ja ok wunderbar dann vielen vielen lieben Dank und ähm ja schönen Abend noch was ist denn eigentlich bei ihrer Sache da rausgekommen ja wenn der PD sich mal melden würde ich hab da versucht ein paar mal einen Termin zu machen aber irgendwie haben die keinen Bock auf mich ja gut jetzt renne ich da aber noch nicht weiter hinterher korrekt also wie gesagt ähm gar nicht nachhaken ähm wenn die nicht kommen kommen sie nicht ja richtig und nach drei Monaten ist das sowieso ganz häufig so dass man sich gar nicht mehr dran erinnern kann ja ja ich hab da ein paar Mal versucht da einen Termin mit den Autos zu machen aber ich weiß nicht ich bin jetzt auch immer spät unterwegs aber irgendwie will da nie einer rangehen oder ja keine Zeit und dann ich wollte gerade sagen die haben anderes zu tun die müssen tatsächlich äh Auto waschen und ähm 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 ja weiß ich nicht Donuts einkaufen oder weiß ich auch nicht aber es kam jetzt keine weitere keine weiter SMS ok naja dann dann passt das ja soweit ok wenn was sein sollte wie gesagt melden sich einfach und dann können wir das nochmal kurz besprechen ja ja mach ich ok Herr Polanski vielen vielen lieben Dank schönen Abend noch ja ja ebenso danke tschüss also äh 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 ok das sind im RDP System scheinbar alte Preise und Baseballschläger für 1200 also nochmal damit ihr das einfach mal wisst was Schalom im Endeffekt damals über die äh Schleuser eigentlich ähm die Dinger da eingekauft hat 650 Dollar 1500 kostet die kleine Knarre weise Sorge ja stimmt aber auch nur weil wir die künstlich angezogen haben die Preise ähm eigentlich war der Preis mal ich glaube bei 1100 bei dieser oder SNS ja eine nette Information ist es auf jeden Fall schon mal äh das heißt wir wissen dass Horizon jetzt in den Händen in den Händen von dem Patinos ist wenn Napier mein Ansprechpartner ist oder Herr Farkasch und ähm der CEO nicht ohne Absprache mit der Napier entscheidet ja das war schon mal ein Wink mit einem Zaunfall oh 1200 aus Tropenholz mit Goldrand ja aber dann Goldrand reicht da nicht mehr Lene äh das muss massiv Gold sein weil so viel wiegt ja so ein Messer nicht und 1200 Dollar äh wenn ich mir überlege was kostet jetzt gerade real life äh Geld ich glaube die Unze kostet 1,8 1800 Dollar eine Unze eine Unze sind glaube ich 31, ich weiß nicht was kam oder ne doch doch ich glaube 31 Gramm ist eine Unze Ronde Vort der redet Schwachsinn 100 pro redet der Schwachsinn ey der ist der CEO von Horizon Alter warum soll der denn Schwachsinn reden Klinge aus dem Kanonenrohr von einem versunkenen Schiff Nexus Parra aber ey es kann auch sein dass die Preise so hoch sind damit die keiner legal kaufen will und illegal einfach billiger ist aber ey nochmal genau dann sind wir doch da bei dem Punkt Nexus Parra es ist doch unlogisch wir reden hier von einem scheiß legalen Gegenstand es ist genau dieser Gegenstand wie diese scheiß Kaffeekanne hier auf dem Tisch oder wenn jetzt hier irgendein Wichser reinkommt Entschuldigung der mir hier blöd kommt Alter dem ziehe ich den den Monitor über den Schädel und könnte ihn in der Theorie mit diesem scheiß wie heißen das Ding hier Schredder tot prügeln ja und wenn das nicht reicht dann schiebe ich ihm die Tastatur und die Maus noch rektal ein damit ja wirklich Ende ist ja und am Ende nehme ich hier noch diese scheiß Kaffeemaschine ja obwohl das ist eine schöne Siebträgermaschine eigentlich ganz cool ähm und macht dann wirklich Feierabend auf seinem Schädel ja ergibt doch gar keinen Sinn das ist ein scheiß legaler Gegenstand ohne Worte ich habe dann berückte ich ich kann mich also ich also noch mal ich ich habe mich hier echt in Rage geredet ja also das ist vielleicht vielleicht muss ich aufhören zu reden ähm aber äh 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 ich werde jetzt im Kettenrauber gerade äh Weltklasse also sorry aber die die Geschichte ist doch schon wieder genau das was ich vorhin meinte die haben irgendein Opfer dahin gesetzt der keine Ahnung hat äh nee äh der Orge das ist so nicht ganz richtig der hat tatsächlich in der Vergangenheit da schon gearbeitet das ist der das haben wir ja in dem Gespräch gerade rausgekriegt mit dem hatte Schalom ja schon mal gesprochen als Schalom ganz offiziell damals mal angerufen hat und gesagt hat ich will hier legal die Messer kaufen ja aber ey 1450 Dollar hä normalerweise müsste das Messer für 10er für ein 10er an der Tankstelle liegen Cowartex also keine Ahnung lass es 200 Dollar sein hier die Preise sind ja sowieso sehr kurios ja also zahlt sie auch kein Wasser 3 Dollar obwohl ich meine in den Staaten ist das nicht unüblich dass man da auch mal wirklich ähm ja richtig blecht für sowas Lene ja die haben also eine Marionette als Antwort auf die irgendein Opfer ja ja na klar das ist halt die die Macht diese ähm natürlich auch haben als Mafia ganz klar also prinzipiell muss man natürlich sagen ja ist das die eigentlich richtige Vorgehensweise auf der anderen Seite muss man natürlich sagen ist das ein Machtmonopol was hier entsteht oder entstanden ist was schwer ist ein Gegengewicht zu erzeugen ja also wenn du jetzt mit einem neuen mit einer neuen Crime-Fraktion an den Start gehst wie willst du diesen Leuten denn großartig Konkurrenz machen ohne automatisch weil egal in welches Geschäft du gehst du fuschst den ja da rein ja und ähm sich mit denen dann anzulegen also puh man stelle sich vor die Leute würden Küchenmesser nehmen ja aber jetzt mal im Ernst also ich habe ich glaube vor zwei drei Wochen mal ein paar normale Küchenmesser gekauft wisst ihr was ich dafür bezahlt habe das ist ganz normal rostfreier Stahl ja hier nichts großartiges ein bisschen schnicki schnacki so wisst ihr was ich bezahlt habe für ein Messer jetzt kein Witz 80 Cent ich habe für ein Brotmesser 80 Cent bezahlt für ein hier ähm so ein Obstmesser hier so ein scharfes Ding ja hier so ein Schälmesser ja habe ich einen Euro bezahlt ja so das sind so die Preise und ich sage euch das Ding ist jetzt muss ich gerade mal gucken das ist ich habe hier Millimeterpapier vor mir zu liegen weil ich das dann auf meinem Notizzettel jetzt muss ich mal kurz das ist ein Zentimeter zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun neun bis zehn Zentimeter Klinge würde ich sagen hat das Ding bei den anderen Messern bei den Großmessern weiß ich nicht wie viel ich da damals bezahlt habe das war mal ein Set da sind dann so Fleischer Messer Brotmesser und so das sind die Dinger mit den langen Klingen die dann einmal durch den Körper gehen im Endeffekt und hinten wieder rauskommen wenn man will die Pausen auf beiden Seiten beim Telefonat waren aber gut ich muss auch erstmal schlucken ich wundere dass überhaupt einer angegangen ist aber habt es prediktet dass es die Italiener bekommen MRP ja ja prinzipiell stimmt das was denn den USA ist teuer ja gut also ich muss natürlich sagen was heißt USA ich war ich selber war ja nur in Miami ansonsten war ich nur in Südamerika unterwegs aber es ist überall eigentlich relativ im Vergleich zu dem was man woanders zahlen würde es ist schon teuer ja Wirtschaftssystem ist eine schwere Sache bekommen die ja nicht mal im real life hin ja die Frage ist natürlich will man das wie im real life haben oder will man das hier auf RP Basis irgendwo generieren und irgendwo sagen ja Sachen sind teuer aber 1450 so was kostet denn das billigste Auto hier am Start weiß ich nicht ich habe schon Autos gesehen für 3000 Dollar glaube ich so das heißt du verlierst fünfmal ein Messer und kannst dir eigentlich davon ein Auto kaufen und so wie die Leute hier drauf sind kostet sich doch keiner ein Messer die kaufen sich doch ein Auto man zahlt auch einen Dollar für einen Liter Sprit in den USA vor allem ja Benzin ist da relativ günstig aber da tankst du ja mit Gallonen glaube ich ist das eine Gallone Gallone sind 3, ich weiß nicht was Liter die haben ja sowieso so ein anderes systemmetrisch also nicht nur metrisch ist sondern ganz wie man das alles nennt hier Maßeinheiten ja ein harter Abgang von Schalom Anwalt von der Mafia von der Mafia umgebracht wegen Messer mit einem Messer oder Nexus Parra das wäre ja meine Nummer aber warum also im Endeffekt eigentlich wäre das doch aber wisst ihr was ich mach das mal was der Prulanz gegen mir gesagt Machen wir doch einfach mal ja guten Abend ja schönen guten Abend Herr Napier wie geht's Ihnen nur man kann sich nicht begleiten das freut mich eigentlich ganz gut vor allen Dingen nach der Information die ich gerade bekommen habe und zwar habe ich da mal eine Frage hätten Sie ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch ja mit Sicherheit ja mit Sicherheit wo möchten wir uns treffen nun kommen Sie doch in fünf Minuten zum Variety zum Variety alles klar wunderbar mach ich mich auf den Weg gut alles klar vielen Dank bis gleich ja 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 Entschuldigung, aber ich muss gerade lachen, Alter. Ich weiß auch nicht warum, aber ich muss einfach über die allgemeine Situation gerade krass lachen. Ich mach mal Musik kurz an, damit ihr das nicht so hört. Warum läuft die Musik nicht? Aber wer morgens länger schläft, bleibt abends länger wach. Nee, eigentlich nicht. Ich bin heute echt früh aufgestanden, weil ich wieder unruhig geschlafen habe. Und habe heute auch wieder ein bisschen so getan, als würde ich arbeiten. Aber morgen muss ich tatsächlich erst später raus, also von daher alles gut. Aber ich muss gerade ehrlich über diese Gesamtsituation reden, äh reden, äh lachen. Von dem, wo wir gerade geredet haben, dass ich da eigentlich gefrustet war, über die Situation im Allgemeinen. Und dann hört man sowas. Und, äh, ähm, ja. Also ich krieg's nicht gebacken, muss ich ehrlich sagen. Also ich, äh, ich war schon wieder die falsche... Naja, egal. Naja, Taxi ist müde und wollte ins Bett, ja. Endlich ist das Pfandhaus leer. Wohin, ja. Versucht mal euer Glück. Habt ihr den Kontostand gesehen? Vieles aktuell nicht zu holen. Ja, ihr könnt da gerne versuchen, mit euren, äh, Shalom-Sense da das Pfandhaus zu knacken. Mit dem Befehl Ausrufezeichen heißt und dann Betrag eingeben. Und dann, ähm, drück ich euch mal die Daumen. Aber wenn ich ehrlich bin, nein, ich drück euch nicht die Daumen, es ist mein Pfandhaus. Es ist meine Kohle, die da drin ist. Ähm. Fünf Minuten hat er gesagt, ich bin zu früh. Wieht anders aus? Oder waren hier schon immer so ne, so ne komischen Vorhänge? Weil hier war ja sowieso ne Baustelle, wenn ich das... So, ich mach jetzt mal für die, die immer hier meckern, ich zeig euch das mal. Ich mach mal, ich fahr jetzt einfach mal die ganze Zeit und parke es dann auch heute so ein. Mit dem Verdeck. Ja, es funktioniert. Wenn's da gehen hoch. Dann werdet ihr sehen, außer so ein Vorführeffekt. Ähm, was das auf einmal nicht ist. Ja, es funktioniert in your brain, aber pass auf. Also wie gesagt, spätestens beim nächsten Login, was dann mit dem Auto ist. Und ey, wir sind hier in nem scheiß Sonnenstadt, Alter. Hier wachsen Palmen und so, ja. Wir haben hier... Also normalerweise ist das so, wenn ich das so richtig in Erfahrung habe. Ähm, ich hab mich ja oft und gerne in der Nähe des Äquators aufgehalten. Ähm, weil das Klima da einfach unglaublich geil ist. Das ist genau mein Ding. Ähm, ist auch, ähm... Ach ey. Ich hab eine Knarre in der Tasche. Muss ja nicht sein. Ähm... Da hast du das ganze Jahr über 28 Grad roundabout. Plus, minus 2, 3 Grad. Ähm, Winter ist dann da eher so diese Regenzeit-Geschichte. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, da zu leben. Ähm... Wo ich eine Zeit lang auf Kuba dann war, ähm... Unglaublich geiles Klima. Gefällt mir unglaublich gut da. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, ähm... War... Oh, kein Platz mehr. Ähm... Ähm... Waren auch die Malediven unglaublich schön. Ähm... Held um die Brille, würde ich da rüber. So. Dann so. Und dann so. So. Ähm, ja auch die Malediven. Ein unglaublich, äh... Also... Wer da nicht so der Freund ist von hier, ich muss Partyurlaub machen oder so. Ähm... Und, ähm... Muss auch nicht so viel sehen. Also in Form von Kultur. Ähm... Er kann sich die Malediven mal antun. Ansonsten ist, ähm... Wie gesagt, Kuba. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist nach dieser... Nach der Öffnung, äh... Richtung Westen. Das immer noch so ist, wie damals. Ähm... Ein unglaublich geiles Land. Ähm... Mexiko würde ich an Platz 3 setzen. Und an letzter Stelle, äh... Brasilien. Brasilien ist... Gut. Vielleicht war ich einfach auch nur, ähm... Zur falschen Zeit am falschen Ort, weiß ich nicht. Aber, ähm... Das war jetzt nicht so mein Favorite. Ich war da, hab's gesehen, hab die Copacabana mitgemacht und, ähm... Was ist da? Nur ein Teil der Crew schafft es, Taschen zu füllen. Okay. Naja. Nie wieder. Ne. Ja. Ähm... Ja, aber wie gesagt, äh... War nicht so meins. Hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich... Dieses... Portugiesisch, äh... Wenn ich ehrlich bin, find ich ja sowas von unattraktiv. Die Sprache, ähm... Überhaupt nicht, äh... Mein Ding. Ähm... Da bin ich dann eher so der spanische Freund. Ah ja. Ja, da schiebt er dem Darao jetzt aber richtig die, äh... Die Kohle in die Taschen, ne? Ja. Aber wie gesagt, äh... Da muss ich halt sagen, so Mexiko, das ist auch unglaublich geil. Da war ich, äh... An einer ehemaligen... Also was heißt... Ähm... An einer Sportstätte der Inkas. Und, ähm... Ähm... Also... Auch an einer dieser Pyramiden. Chichinitza. Chichinitza, glaub ich, hieß das Ding. Ähm... Auch krass. Also da gab's sowas in der Art, musst ihr euch vorstellen, äh... Wie... Basketball. Haben die gespielt. Früher, ja? Ähm... Da musste man praktisch irgendwie mit den Ellbogen oder Knie, ähm... So eine Art Ball, äh... Durch so einen Ring machen. Und dann hat man dann im Endeffekt einen Punkt gekriegt. Und jetzt festhalten. Der Gewinner... Der Gewinner... Eines... Diesen... Dieser Matches, ja? Wurde vor den Leuten... Also vor den Zuschauern und vor dem Priester oder was da war. Die wurden auf dem... Der Spielfläche, also auf dem Boden. Wir würden jetzt sagen auf dem Rasen, ja? Wo wir Fußball spielen. Ähm... Wurden die geopfert. Ja? Die wurden da hingerichtet. Die wurden da ausgeweidet. Ja? Als Belohnung dafür, dass sie gewonnen haben. Eigentlich würde man denken, okay, der Verlierer, ja? Nee. Der Gewinner. Wurde... Ähm... An die Götter verfüttert. Mehr oder weniger. War auch eine krasse Nummer. So. Jetzt wird's interessant. Ja, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Kommen Sie doch gerne mit rein. Na? Ja, das ist... Wurde umgebaut. Ja, durchaus. Wir haben das ganze Umfeld hier ein wenig erweitert. Sieht gut aus. Also der erste Eindruck. Und der ist ja der entscheidender, wissen Sie. Ja, da sagen Sie was. Ja? Na ja, kommen Sie doch gerne mit rein. Soll natürlich nicht nur die Eingangshalle sich anschauen können. Oh. Ja. Dann mal ganz kurz auf WC. Ja, was soll ich machen? Sportes Mord. Kommt ja nicht von ungefähr nach Grimmwald. Ja, aber ey, krass, oder? Du musst ja mal vorstellen. Also du gewinnst ein Spiel und wirst geschlachtet. Und das ist ein Schlachten gewesen. Also du wurdest da wirklich... Du wurdest da ausgeweidet. Ja, also dir wurde lebendig das Herz rausgeschnitten. Und so eine Nummer. Also das war da... Ja. War da die Belohnung, dass du gut warst. So. Wo ist das zu sehen auf der Zone? Das, was ich gerade erzählt habe. Na, entweder du fährst... Und die haben sich gefreut. War für eine gute Sache. Aber ey, ganz ehrlich, das ist unsere Verhältnisse doch nicht nachvollziehen. Weißt du, was ich meine? So, man öpfelt sich den Göttern oder... Aber man muss natürlich auch sagen, ey, diese Baukunst und wirklich, das ist einfach phenomenal. Phenomenal, also wenn man sich überlegt, wie alt das alles ist und wie genau sie gearbeitet haben. Ey, unglaublich. Also wie gesagt, ich gebe gerade mal meine Daten hier ein. Ach so. Ja, alles gut. Ich habe mich in Rage geregt und jetzt geht so gerade so ein bisschen der Druck aus dem Kopf raus. Alle so eine Maschine, ja, ey, aber ey, ganz ehrlich, da gibt es eine Geschichte. Ich möchte die Stufen an einem Tag im Jahr, ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war, irgendein neunter, keine Ahnung was, bei Sonnenaufgang, das ist dann auch ein Tourismus. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Vielen, vielen lieben Dank für deinen ersten Monat. Liebe geht raus. Wie sagen manche Leute? Kuss, kuss, kuss. Ja. Ja, sehr geräumig auf jeden Fall. Ja durchaus. Nun, wir haben hiermit auf jeden Fall weitaus mehr Kapazitäten geschaffen, den großen Andrang der ganzen Tickets nachzukommen. Okay. Geschäftlich ist das natürlich von Vorteil. Kann man mehr Gäste pro Veranstaltung reinlassen. Dementsprechend unter dem Strich Gewinnmaximierung möglich. Ja durchaus, da sagen Sie was. Wollen Sie vielleicht was trinken? Ähm, wenn Sie ein Wasser da hätten, wäre das, äh, sehr nett. Benötig, ich werde mal nachschauen. Ich glaube, ein Whisky sollte da sein. Ja, nichts Alkoholisches bitte. Was macht er mich noch besoffen hier? Da haben wir auch noch besoffen. Ja, aber ey, wie gesagt, crazy Nummer. Chichen Itza, guckt euch das an. Die Stufen an einem, das sieht so aus, als würde dann praktisch eine Schlange vom, äh, vom Kopf da, von dieser Pyramide runterkrabbeln. Ja, also, der Gott kommt, du, auf Erden. Und wie gesagt, nur an einem Tag ist das so. Äh, scheint, dass, äh, Miss Wirtz die Bar aufgefüllt hat. Ah, vielen lieben Dank. Ja, Herr Nepia. Ähm. Darf man hier rauchen? Ob er hier in Aschenbecher steht? Ja, natürlich. Ähm. Ich habe heute bei Horizon angerufen. Und hatte dort eine offizielle Anfrage gestellt. Ähm. Im Laufe des Gesprächs wurde ich dann mehr oder weniger dann doch an sie, äh, verwiesen. Ähm. Um da mal mit ihnen Rücksprache zu halten. Und zwar kommen wir jetzt tatsächlich, ähm, am entscheidenden Punkt, ähm, ich habe die Anfrage gestellt, ähm, Messer anzukaufen. Es wurden mir da allerdings Preise genannt, ähm, die zwar noch nicht verifiziert sind, aber, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass das die richtigen Preise sind, ähm, dass das die richtigen Preise sind. Ich glaube, da, äh, hat man sich irgendwie um eine Kommastelle vertan oder irgendwie so in dem, in dem Dreh. Ähm. Ähm, und zwar geht's darum, ähm, würde ich, ähm, für mein Unternehmen offiziell, äh, gerne, äh, Messer erwerben. Ich habe tatsächlich eine offizielle Handelslizenz für diese Gegenstände. Ähm, allerdings sind die Preise natürlich, die da, ähm, aktuell noch aufgerufen werden, ähm, völlig unattraktiv. Ja, ich finde sie. Ein Romantikard. Mhm. Ja. Machen wir jetzt echt eine Zigarette an, mal gucken, was passiert. Ja, das können wir genau so, äh, Band haben. Ja, das machen wir so. Dann noch ein angenehmer Abend. Auf Wiederhören. Also, ihnen wurden Preise genannt am Telefon, oder? Ja. Hätte ich dort mit den Herrschaften getroffen, ja. Nie am Telefon, tatsächlich. Vorbehaltlich, ähm, dass sie überhaupt stimmen, ja. Also da war, äh, jetzt, äh, scheinbarer Verkaufspreis, ähm, hinterlegt mit 1450 Dollar. Im VK. Das sind natürlich Preise, ähm, Herr Napier, ähm, Sie wissen, dass ich da, ähm, in der Vergangenheit ja das ein oder andere Geschäft bereits getätigt hatte, ähm, die weit, äh, von den mir üblichen Preisen waren. Und wir reden hier tatsächlich von der legalen Variante. Ja. Nun, tatsächlich, äh, sind das alte hinterlegte Preise. Es sind dann noch keine wirklich kalkuliert, äh, worden. Okay. Grundsätzlich ist es so, dass man vor kurzem, äh, die Firma übernommen hat und erstmal schaut, äh, wie der Bestandort ist und, äh, naja, was alles in welchen Mengen benötigt wird. Und, ähm, ja, ähm, wie gesagt, aus dem Gespräch hat sich das im Endeffekt so auch für mich angehört, dass da natürlich jetzt erstmal geprüft werden muss, ähm, 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 ja, inwieweit mehr oder weniger die Maschinen in Gang gebracht werden müssen. Und, ähm, ähm, ja, was alles benötigt wird für die Zusammenstellung der jeweiligen Sachen, ähm, auch so Sportgeräte waren ja oder sind für mich ja interessant. Und, ähm, wie gesagt, ich habe eine offizielle Handelslizenz. Okay. Und, äh, da sind natürlich so eine Preise für mich ganz interessant. Ich hatte da vor einigen Wochen schon mal nachgefragt, aber da war ja diese Geschichte mit, äh, dass da die, äh, ja, Geschäftsleitung in Gänze sich aus dem Staub gemacht hat und die sämtliche Baupläne und, äh, weiß ich nicht, was alles mitgenommen hat, äh, und die Produktion mehr oder weniger stillstand. Und, und, ja, man hat ja so das eine oder andere gehört. Ja, wie immer, lieber. Immer wird irgendwo was erzählt. Ja, das ist, das kriegt man, ähm, ich glaube, nicht aus der Welt mehr. Ja, naja, so ist es normal. Menschen verschwinden. Baupläne verschwinden, Dinge verschwinden. Ich will schon fast behaupten, dass dies der Alltag ist, nicht wahr? Aber so ist halt das Geschäftsleben. Ja, so ist das Leben im Allgemeinen. Da gebe ich Ihnen voll, vollkommen recht. Gut, wenn wir da aber jetzt aufs Wesentliche zurückkommen, ähm, was gedenken Sie denn, oder wie lange gedenken Sie denn, äh, zu brauchen, um eine Kalkulation für die, äh, Gegenstände aufzustellen? Ähm, ähm, um eine offizielle Anfrage, äh, zu stellen. Nun, ich werde schauen, dass wir zum Anfang nächster Woche da einen Überblick haben und dann werde ich Ihnen auch Bescheid geben. Mhm. Also, um das, äh, festzuhalten, Sie möchten diese legal mit Ihrer Lizenz in Ihrem Shop verkaufen, ja? Ja, bietet sich an. Gut ausgezeichnet. Nun, ich denke, dem würde auch nichts, äh, so weit im Wege stehen. Mhm. Also, wie gesagt, ähm, es war jetzt, äh, mehr oder weniger, ähm, eine Idee, die ich eigentlich schon vor ein paar Wochen hatte. Und, ähm, ja, ähm, wenn ich mit Ihnen dann einen Ansprechpartner habe, umso besser. Das heißt, wir haben da, ähm, in der Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt. Warum soll man da nicht auch anknüpfen? Ja, doch, ja. Weil am Ende ist das so, Herr Napier, ähm, ich meine, Sie wissen das genauso wie ich. Ähm, natürlich geht es ums Geschäft, ja? Und, ähm, ja, warum soll man da nicht versuchen, den einen oder anderen Dollar, ähm, zu erwirtschaften? Ja, das heißt das. Und wenn das auf legalem Wege passiert, ähm, ja, umso besser. haben sie denn in der vergangenheit schon mal diese sachen bezogen ob ich sie bezogen habe ja also vier unternehmen nein nein das war tatsächlich ein anderer geschäftsweige den ich bedient hatte wenn sie sich da grob erinnern können ja gewisse gut okay wie gesagt ich arbeite da was aus herzlich willkommen nächste woche mehr zu sagen ja wunderbar haben sich schon eine vorstellung was für eine stückzahl sie dahingehend bestellen würden ich würde das abhängig machen vom preis tatsächlich je nachdem wie die preise aussehen würde ich natürlich auch eine interne kalkulation die muss ja auch von mir aufgestellt werden weil ich beziehe den preis die ware für einen preis x muss ja einen aufschlag drauf packen um den gewinn bringt natürlich auch weiter zu verkaufen ganz klar sonst wäre das kein gutes geschäft aus meiner sicht und da muss man natürlich gucken dass sich das alles vernünftig kalkulieren lässt weil sie möchten die war ja auch bezahlt haben ja damit habe ich recht naja gut ok aber wie gesagt also die idee die preise für die klappmesser und die bestausschläger wäre für mich aktuell erstmal interessant die klappmesser und die bestausschläger ja ich denke da wird sich bestimmt ein weg finden lassen und einfach dass dass sie da auch die zahlen hören die alten zahlen waren für das messer die 1450 dollar und der baseballschläger lag irgendwie bei 1200 dollar aber ich kann mir nicht vorstellen dass die aus gold gemacht sind platin oder diamanten besetzt also ehrlicherweise habe ich auf der straße aber ich habe noch nie in einem offiziellen geschäfte eingekaufte 1400 dollar für ein messe gezahlt deswegen sage ich also die die wurden mir oder die scheinen im system bei ihnen zu stehen bzw im system von horizon aber das sind noch alte zahlen also wie gesagt auch noch nicht verifiziert und auch noch nicht neu kalkuliert aber ich kann mir nicht vorstellen dass horizon diese preise in der vergangenheit aufgerufen hat wer wer hat denn 1400 dollar für einen messer bezahlt das kann ich mir nicht vorstellen nun ja aber wurden diese messer jemals normal über den land nicht verkauft naja also wenn eine sache ein gegenstand hergestellt wird dann muss er ja verkauft worden sein für wen wird er denn hergestellt für den verkauf das heißt irgendein unternehmen scheint in der vergangenheit natürlich diese gegenstände gekauft zu haben die werden ja nicht nur unter dem ladentisch verkauft worden sein da gibt ja keinen sinn weil es ja ein legaler gegenstand so wie diese flasche hier ja da haben sie recht das ist ja auch ein ganz normaler haushaltsgegenstand mehr oder weniger meine habe auch eine bratpfanne glaube ich zu hause kaffeemühle einen kochtopf schneiderbrett 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 macht erst sinn wenn ich messer habe also das kann ich nicht scheiden von daher ja aber wie gesagt ich bin da halt auch nicht ganz so auf dem laufenden und diese geschäftsidee ist mir tatsächlich erst vor ja einigen wochen vielleicht sind es jetzt auch schon ein paar monate weiß ich jetzt nicht ganz genau durch den kopf gegangen weil wir hier von etwas legalem reden und ja nichts illegalem die heilige kuh das ist nicht wussten könnte gerne mal reingucken also wie gesagt ich denke wir werden uns dahingehend einig ja wie gesagt wäre erstmal schön wenn wir da irgendwie wirklich erstmal zahlen hätten und dann können wir da ins detail gehen ja ganz genau wenn sie irgendwas anderes aus dem sortiment noch gebrauchen könnten dann können sie mir ebenfalls bescheid geben die frage ist mir ist nicht ganz bekannt was generell hergestellt wird also ich würde besser nicht haben sie da so eine art katalog gibt es da sowas ist da was in planung muss ich mir das mal anschauen kann was dort produziert wird golfschläger zum beispiel werden bei ihnen nicht produziert weil ich bin ein freund des gepflegten golfspielens auch wenn ich es nicht gut kann also zwei drei abschläge mache ich schon mal ganz gerne aber die produzieren sie scheinbar ja nicht oder sind auf jeden fall nicht in der produktionspalette aktuell zu finden ja habe ich auch mal gehört aber zumindest nicht ich werde da mal was zusammenstellen und ihnen das dann nächste woche mit den anderen preisen vorlegen wie immer wunderbar ich freue mich da hoffentlich in zukunft auf gute geschäfte miteinander ja ebenfalls sagen sie werden sie sich jetzt überwiegend auf ihren laden dort unten konzentrieren oder wohin schlägt sich ihr weg noch weiterhin aus wenn ich habe schon so den ein oder ein oder andere jahr auf dem buckel ich lasse mir da tatsächlich meine wege offen ja der aktuelle fokus liegt tatsächlich auf mein unternehmen dem fundhaus aber prinzipiell sind alle meine wege ja noch frei ja ich verstehe naja wenn sie bei irgendetwas vielleicht eine idee haben sagen sie mir gerne bescheid ja also eigentlich bin ich ein brunnen für ideen viele sagten früher und sagen es immer noch ich bin ein springbrunnen was ideen angeht die frage ist tatsächlich könnte stundenlang über ideen mit ihnen sprechen die frage ist welche idee ist für sie interessant welche idee hätten sie denn gerne mal gehört oder was würde sie vielleicht interessieren was interessant für sie wäre nun wenn sie schon solch eine auswahl in den raum stellen dann müsste ich ja schon fast in ihren kopf schauen aber grundsätzlich bin ich immer finanziell lohnenswerten geschäften interessiert versteht sich natürlich ja prinzipiell weiß ich was ich meine allerdings ist da die wirtschaftliche betrachtung natürlich eine ganz entscheidende viele unterschätzen tatsächlich kleine beträge man sagt nicht umsonst auch kleinvieh macht mist dann kommt es nur auf die masse drauf an man kann einen großen deal machen und einmal richtig den reibach machen oder man macht viele 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 kleine geschäfte und damit stetig geschäfte und verdient sich damit die goldene nase also alles ist möglich man muss nur wissen wie und was ja ich verstehe nun ich werde mir dahingehend mal ein paar gedanken machen ja man kann da gerne mal sich ein bisschen zeit nehmen wenn sie da ein paar gedanken haben und die dann auch mal gerne ausführlicher erörtern und dann ins detail zu gehen wie gesagt wirtschaftlich kann ich ihnen nur einen rat geben am ende ist es wichtig wie viel prozent gewinn man an einem geschäft macht da ist die summe an sich um die es da geht zweitrangig ja also wenn sie mit einem cent artikel 5000 prozent gewinn machen oder mit einem 100 dollar artikel nur 50 prozent gewinn machen dann bin ich ein freund davon die 5000 prozent zu nehmen wenn das ein stetiges geschäft ist und das nenne ich eine denkweise die mir auf jeden fall gefällt eine andere sache ja gerne und zwar müsste ich mit ihnen die tage einen vertrag durchsprechen den wir in der vergangenheit unseren geschäftspartnern gegeben hatten für eine absicherung von firmen in der vergangenheit sind wir damit recht sicher gefahren allerdings bei all den änderungen die immer mit sich kommen wollte ich diese gültigkeit nochmals prüfen lassen alle verträge die vorgesetzten änderungen in kraft getreten sind bleiben tatsächlich in kraft und geht nur um neue verträge die in der zukunft abgeschlossen werden als beispiel ein paragraf des strafgesetzbuches wird heute verändert sie haben die straftat aber gestern begangen ist das strafmaß welches zum gestrigen zeitpunkt gegolten hat maßgebend und alles was heute passiert ist praktisch ab dem stichstrag erst gültig außer das gesetz sagt unwiderruflich auch abgeschlossene in der vergangenheit geschlossene verträge sind unwirksam mit der gesetzesänderung das heißt im grünen genommen egal was in diesen verträgen steht ja genau weil die verträge sind ja an einem tag x in der vergangenheit abgeschlossen worden im einverständnis beider parteien zu den jeweiligen gültigen gesetzen des damaligen zeitpunktes und wenn das gesetz oder es eine gesetzesänderung gibt dann sind diese erst rechtskräftig für verträge die nach gesetzesänderung in kraft treten außer und jetzt kommt eine einschränkung das gesetz sieht eine rückwirkende veränderung vor das heißt in dem gesetz müsste stehen alle in der vergangenheit geschlossenen verträge müssen angepasst werden sowas in der form dann müssen verträge aus der vergangenheit auch verändert werden ist das nicht der fall sind die trotzdem rechtsmäßig das ist meine rechtsauffassung ich verstehe das heißt aber auch für die aktuelle gesetzesänderung bezüglich dieser CEO und Co-CEO Sache alles was jetzt irgendwo ist das ist natürlich nicht nicht ich ab dem tag ja wie gesagt das ist meine rechtsauffassung außer das gesetz sieht vor dass diese neuen regelungen rückwirkend gelten aber das muss in der gesetzesänderung so vermerkt sein ist das nicht vermerkt ja dann ist das für die zukunft so aber geschlossene verträge von denen können sie ja nicht einfach zurücktreten also als beispiel wir machen beide einen vertrag in dem drin steht dass wenn sie mich jetzt abberufen wir gehen mal davon aus ich bin jetzt Co-CEO einer Firma wo sie CEO sind oder die ihnen gehört wenn sie mich einfach ohne Grund abberufen gibt es eine vertragsstrafe in höhe von 100.000 dollar so dann wären sie jetzt dazu gezwungen diesen vertrag zu kündigen aufgrund der gesetzesänderung und müssten aber trotzdem eine vertragsstrafe zahlen in höhe von 100.000 dollar mir gegenüber weil wir beide einen vertrag geschlossen haben und den haben wir geschlossen zu dem zeitpunkt als noch das gesetz anders lautete wie gesagt sollte das gesetz eine gesetzesänderung vorsehen dann muss dort deklariert sein ob das für den zeitpunkt und nachdem was ich da gerade erlesen habe zum beispiel für den 2.9. ist das ab 2.9. und nicht rückwirkend seit Tag X ja und erst ab diesem zeitpunkt für alle neu gestalteten verträge gültig ansonsten hat der gesetzgeber dann ja einen flüchtigkeitsfehler gemacht und demnach auch nicht recht zurück wie gesagt im vergleich mit dem strafgesetzbuch wenn es jetzt eine gesetzesänderung gibt die eine strafe ab heute höher versieht dann ist das okay dann kann das so für alle straftaten die ab heute begangen werden auch gemacht werden aber wenn sie die straftat bereits gestern gemacht haben und morgen es eine verurteilung gibt greift immer noch das gesetz zu dem zeitpunkt als sie die tat begangen haben und genauso sehe ich das mit dem vertragsrecht der vertrag der geschlossen worden ist in der vergangenheit Tag X ja ist gültig außer das gesetz sieht es vor dass rückwirkend alle verträge neu gestaltet werden müssen und dann ist natürlich die frage dann kann es unter umständen wie gesagt zu problemen kommen wenn es vertragsstrafen in verträgen gibt wie von mir gerade beschrieben also wenn da ein vertrag drin steht tritt einer von dem vertrag zurück das würden sie ja dann sein weil sie das müssen aufgrund des gesetzes aufgrund der gesetzesänderung müssten sie trotzdem eine vertragsstrafe in einer höhe von 100.000 dollar zahlen und das wäre dann doch sehr schmerzhaft aber wie gesagt das ist auch nur meine Rechtsauffassung ich glaube dafür gibt es hier auch noch keine Präzedenz auf jeden Fall keine die mir bekannt ist jetzt nach 13 Monaten aber dieses strafrechtliche der strafrechtliche Vergleich da gibt es tatsächlich Präzedenzfälle für da gab es in der Vergangenheit einige Anpassungen schon wo das Strafmaß erhöht worden ist aber verhandelt worden ist praktisch jetzt Beispiel in der Zukunft aber die Tat ist in der Vergangenheit passiert also genau während dieser gesetzesänderung war das so ein schwimmendes Verfahren Tatzeitpunkt war vor dem Gesetz abgeurteilt nach dem Gesetz das ist maßgeblich aber vor dem Gesetz ist ein bisschen irreführend aber eigentlich ganz klar an dem Tag wo sie den Vertrag gemacht haben dieses Gesetz ist gültig bis zu einer gesetzesänderung die vorsieht wo klar drin steht rückwirkend alle Verträge müssen geändert werden ja ich verstehe ich denke das war schon ein wenig einleuchtend ok es ist nicht ganz einfach aber auch für mich nicht immer ganz einfach zu erklären in fiktiven Beispielen ja durchaus naja ich denke das sollte eigentlich soweit geklärt sein ja wie gesagt Herr Nebjer wenn sie da noch weitere Fragen haben meine Nummer haben sie ja und wegen der anderen Sache ja sprechen wir einfach kommende Woche ja ganz genau ich werde ihnen dann Bescheid geben wenn es soweit ist freut mich gut ich bringe sie noch nach draußen vielen Dank aber äh sehr schön haben sie es hier Kompliment an den ähm ja In-Ausstatter ja haben sie vielen Dank achso am Sonntag ist eine Aufführung hier im Kabarett wenn sie wollen setze ich sie auf die Liste Sonntag? ja so um 21 Uhr rum ja ähm wenn ich es einrichten kann auf jeden Fall kulturell ähm hab ich so einiges verpasst hier ähm ja also ich werde es versuchen ja ausgezeichnet dann werde ich Miss Wurz Bescheid geben wunderbar ja Herr Nepier dann sage ich vielen vielen lieben Dank und schönen Abend noch ja wenns ich nehmen will alles Gute auf Wiederschauen ahja ähm soo soo kann ja in Messern abbezahlen hehehe achja ja 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 ist auf jeden Fall mal was ganz anderes als das was vorher war ja ganz klar aber wie gesagt man muss natürlich auch mal ein bisschen so Honig ums Maul schmieren soo soo Freunde der Sonne war ja dann am Ende doch nochmal sehr amüsant muss ich gestehen huch ich hab das vergessen was heute nicht wieder bis um fünf naja naja also die Frage ist natürlich ähm erwartet ihr jetzt wirklich dass hier noch großes RP passiert ich meine ich bin jetzt nicht so dass ich sage ich fahre jetzt hier totmüde ins Bett oder so äh gar nicht irgendwie bin ich gerade ein bisschen aufgekratzt kann natürlich auch mit dem äh selbst in die Höhe gepushten ähm ähm äh zu tun haben aber ich bin noch gar nicht müde äh ich auch nicht aber die Frage ist glaubt ihr dass hier heute noch RP passiert ich kann es mir nicht vorstellen äh und äh jetzt einfach nur da zu sein um da zu sein äh naja weiß nicht ob das so Sinn und Zweck ist du kannst ja die Dame von vorhin nochmal anrufen Mensch Frau Schalom ja ja also wie gesagt wir können das auch gerne machen also ich hab da kein Problem mit ich würde mich da auch ähm unter Umständen nochmal ans Pfandhaus setzen aber ähm von der Wahrscheinlichkeit her ähm muss man ja doch ganz klar sagen ähm ähm wird da heute nix passieren man irgendwie seht ihr hier hab ich ja meine ganzen Ketten ich will ja mal gucken ach sieht man jetzt sowieso nicht gar nicht das passende dabei aber eine das ist so oder das ist so ich will ja das ist so einfach mal im Stadtpark bisschen rumbannern dann ergibt sich das RP schon also ich bin echt gespannt das war jetzt natürlich eine mega offensive von mir also in shalom ja diese ganze geschichte mal ins legale zu drücken ich bin gespannt wie sie darauf reagieren und wie sie sich aus dieser nummer rausfinden das ist so eine geschichte also wie gesagt nicht dass ihr das fach versteht die können ja gerne also wenn ich sage die dann meine ich das projekt damit das projekt kann ja gerne der meinung sein sie möchten das so und so machen weil dann müssen sie das halt auch so und so verkaufen also in form vom rp-strang und die frage ist ob sie sich damit eingefallen tun der anderen seite ist genau die gleiche geschichte mit dem goldbaum fall ja wo homeland eine rolle spielt und ja das ist halt ich sag mal so also gewagt damit können die sich so ein eigentor schließen mit der nummer wenn homeland am ende damit runtergelassenen hosen dasteht und sich dann noch vorbeugen muss damit man so richtig ja richtig direkt tal untersuchung machen kann dann weiß ich nicht was so gut ist dann steht eine exekutiv behörde da die ja weiß ich nicht hier pause top rp viel war ja nicht also man ja auch sagen habe absolut keine ahnung worum es geht ja apropos ich den versuch freundlich anzurufen ne den hab ich vergessen wegen dem serpico oder denn aber ja 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 nächsten mittwoch sportveranstaltung kann man endlich mal wieder das sind ja auch so eine sachen die die fehlen mir ja so ein bisschen ja so diese illegalen box kämpfe alles was tuner ja damals in der vergangenheit auch mit den fratellis gemacht hat das aber das war dann bisschen haben dann es kann ich war das einer von den ihren hießen der noch mal den namen überhaupt hatte den als mandanten war das einer von den ihren ich glaube es war einer von den ihren der dann was mit dem passiert ist der gestorben wie sind ja ich kann an meinem mandanten gesagt wir waren ja mal in einem mordfall irgendwie da waren zehn leute von denen im mordfall verwickelt was daraus passiert ist ja auch keine ahnung wir haben da alle irre gemacht alle wegen versuchten oder bei hilfe zum mord angeklagt aber eine aussage mit schalom und nie wieder was gehört m trumpf nee riesen herr was geht denn da der war mit dem henryson glaube ich zusammen der henryson nicht auch einer von denen ich bin gerade mal ganz kurz in meinem aktensystem ich zeige euch das einfach nochmal damit ihr wisst wo ich gerade vorsichtig wird hell ja 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 waldhauer schmidt schmidt verteidigung war doch alles noch schon davor ich bin das ist ja 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 ich bin ja 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 alle Mandate, die ich mal in dem System, also es gab noch einige andere, die habe ich hier nicht mal reingepflegt, ja, weil das war alles so Pille-Palle-mäßig, da habe ich keinen Akten, also die habe ich nicht als Akte angelegt. Aber wo ist denn? Irgendwo hatte ich doch die Iren, hatte ich doch auch. Also, nicht erkennbar für mich als die Iren, aber im Nachgang hat sich das rausgestellt, als ich dann mit der Frau McTavish standen nämlich dann alle da auch einmal drinnen und dann im Nachgang, als ich dann vor der McTavish stand, hat das alles für mich einen Sinn ergeben, dass die da mehr oder weniger alle unter einer Decke gesteckt haben, aber vorher sind die Iren mir nie aufgefallen und nie in Erscheinung getreten für den Shalom. Keine Ahnung weiter. Nicht angelegt irgendwie. Oder hat das irgendeiner von den hier gewesen? Karim, Price, Waldhauer, Italy, Atchino, Schmidt. Hier, Napier. Ja. Nur Akten Napier, ja. Aber ihr wisst auch, wie sich auch mal so die ein oder andere Rechnung zusammengesetzt hat, ja. Das ist hier nur Napier, was ihr hier seht, ja. geht aus November 2, also den ersten Fall, den ich dokumentiert habe, ist 10.11. eine Akte vom 10.11.2020. Dann haben wir aber auch noch so ein, jetzt muss ich gerade mal gucken, Vukovic, aber ich glaube, Vukovic habe ich gar nicht so viele Sachen je dokumentiert, weil die relativ schnell abgehandelt werden konnten. Warte mal gucken. Was ist Vukovic? Hier. Das ist gar nicht so viel. Das sind so die Akten, also drei Akten im Endeffekt nur. Das war die Anklageschrift, die war ja auch lustig eigentlich. Wenn wir uns die noch mal angucken hier. Aber das ist halt dieses Ding, wo ich gesagt habe, ey, ich kann das Ding hier gar nicht lesen. Also das ist die Anklageschrift gewesen. Ich habe die mir irgendwie damals noch rauskopiert, aber ey, kann keiner lesen. Was war denn das hier? Totschlag, Waffenbesitz, Waffengebrauch. Das ist ja auch hier völlig, das ist ja komplett eingestellt worden oder unschuldig. Aber bei den anderen Sachen, ja, da hat, also Vukovic muss man natürlich sagen, ist einer von denen, die so knapp vorbei geholt, pusht, sind immer an den Strafen. Das ist schon krass. Das muss man natürlich auch sagen. Ach so, eins würde ich euch noch mal gerne zeigen. Und zwar das hier. Was ist denn das hier? Vorsicht, wird hell. Was ist denn das hier? Buchhaltung. Also wie eigentlich auch mal eine Buchhaltung aussehen kann. Das ist ein Buchhaltungsprogramm. Wenn man das benutzen könnte, zum Beispiel für das Fundhaus, also Beschreibung, Verkauf, keine Ahnung was, bla bla blub. Da gibt man hier den Wert ein, keine Ahnung, 1000 Dollar. 1000 Dollar, Transaktionspartner, dann ist der, der im Endeffekt da kauft. Und jetzt, was war es? Verkauf von Waren. Da könntest du hier reinschreiben, im Endeffekt, was weiß ich, ich habe verkauft, eine Jacke. Schwarz. Verkauf von Waren, das würde man dann speichern. Oder eine Dienstleistung. Oder, ja. Also hier hat man unglaublich viele Möglichkeiten. Das ist, das System ist geschaffen worden von einem meiner Moderatoren, der auch jetzt selber hier spielt. Das ist halt hier alles möglich. Und dann hat man hier das Datum und dann würde das, ich gehe mal hier auf ein anderes Ding zurück, damit ihr das einfach mal seht. Das sind natürlich jetzt Buchhaltungen, die nicht gepflegt worden sind. Ihr habt hier oben immer Kalenderwochen. Man kann hier praktisch, wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, würde ich eine PDF haben mit der Kalenderwoche vom 8. bis 14.3. Aber wenn wir jetzt hier einfach mal, keine Ahnung, dann habe ich hier was eingetragen. Hier überhaupt was eingetragen? So, als Beispiel mal hier, ja. Das sind so Buchungen, die in dieser Woche passiert sind, ja. Also ich habe eine Rechnung geschrieben, eine Dienstleistung war das und habe 2.000 Dollar eingenommen. Ja. Habe Umsatzsteuer in der Kalenderwoche auf dem alten, das ist vom alten Projekt hier, ja. Habe eine Umsatzsteuer bezahlt, habe das an dieses Konto hier überwiesen und diese Summe, ja. Das ist dann also ein Saldo von 4.000 Dollar, ja. Und die Umsatzsteuer 400 Dollar. So, und das Ding hier verbucht worden, ja. Meine aktuelle, meine private Kontoführung läuft jetzt hier. So, das ist das. Ach, falsch. Jetzt wieder rüber gehen. Das ist meine Kontoführung, meine Einnahmengeschichte und so weiter. Und Shalom auf Lucky5. Ja, hier sind die Gelder, die ich eingenommen habe. Das ist der Startwert. Null. Das war meine erste Pflichtverteidigung, wo ich Geld bekommen habe. habe ich 135 Dollar bekommen am 7.8.2020, ja. Das war meine erste Pflichtverteidigung für diesen Fall. So, und dann habe ich hier Wohnung bezahlt. Die ging damals noch von dem Konto ab, so, und so weiter. Hier eine Urhaftentschädigung für Tevis, ja. Haben wir 525 Dollar damals gekriegt. Ähm. Und so weiter und so fort und so fort. Ja. Alles, was ich je gemacht habe, als Anwalt, ist hier ersichtlich. Ja, hier haben wir eine Revisionszahlung bekommen, ja. Für den Campbell damals, 2295 Dollar und so weiter. Ja, das ist die erste Abschlagszahlung gewesen, 18.000 Dollar. Italy am 31. Januar habe ich die gekriegt. Für diesen Zeitraum. Für den 4.11. bis 22. Januar. So ist das hier alles nachvollziehbar und hier sieht man im Endeffekt diese 8.488 Dollar 50, die stehen tatsächlich auch auf meinem Konto. Ja, und hier gebe ich im Endeffekt ein, was ist ich, ich habe jetzt Geld gekriegt von irgendjemandem, für den Fall, würde ich jetzt hier eintragen, 160 Dollar. Für was habe ich das bekommen, blablabla, blubb. Speichern würde dann hier unten auftauchen. Ja, und wenn ich jetzt Geld abgehoben habe, so wie hier eine Privatentnahme gemacht habe, dann setze ich hier einfach ein Minus vor und dann taucht das hier auch auf und habe ich dann hier. Ja, und hier auch alles schön. Also ihr seht, ich habe im Endeffekt 98 Zahlungsein- und Ausgänge auf meinem Konto. Ja, also aber wie gesagt, ich habe hier halt auch immer mal größere Summen runtergenommen. Also von daher, die 20.000 hier zum Beispiel, die hat der Stritzi gekriegt für die Anzahlung, für weitere Tätigkeiten, ähm, ja, ähm, irgendwo in der Zukunft. So, nicht viel, da könnte bald noch mehr stehen, so wenig für so einen Top-Anwalt Bierpause. Ja, Shalom hat viel, Pro Bono gearbeitet. Ich glaube, das ist der Begriff für unentgeltlich, ja, ähm, bei mir ging es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern Kontakte zu knüpfen. Und, ähm, Ninja Brain, vielen, vielen lieben Dank. Warte mal ganz kurz, hast du nicht da oben irgendwo geschrieben, ähm, dass wir heute so früh Feierabend machen? Ja. Ja, genau. Ähm, nur ob es bis 5 geht, ach so, okay. Äh, ja, also nein. Ähm, mir ging es halt nie, nie wirklich darum, die große Kohle hier zu machen, ja, also Shalom, wie gesagt, da wo er herkommt aus der Geschichte, er hat genug Geld und, ähm, es war jetzt nicht meine Intention, ja, Kontakte knüpfen, so langsam in die Richtung Crime zu schieben, äh, mit dem Charakter, ähm, die war ja im Endeffekt seit Tag 1 da, aber es ist halt, wie gesagt, und da greife ich wieder nach hinten, äh, zu dem, wo ich mich vorhin so ein bisschen in Rage geredet habe, ähm, es ist halt sehr langatmig, ja, und meine ersten Geschäftspartner, die Vargos, aka Tevez und Co., äh, die waren dann, äh, für ein paar Monate nicht mehr auf dem Projekt, äh, weil halt nicht, ja, nicht attraktiv genug, und, ähm, ja, naja. Man gibt davon selber was? Geizige Mafia? Ja. Nee, also wie gesagt, ähm, ja, die Mafia, also, die Mafia, ähm, alle rund ums Italy haben natürlich, ähm, mehr oder weniger auch ein bisschen für die bezahlt, die Shalom in der Vergangenheit für mehr oder weniger, Shalom hat tatsächlich manchmal Fälle gehabt, kann ich mich erinnern, für zwei Schachteln Zigaretten, ja, oder für einen Burger, habe ich einen Fall übernommen, ja, weil, was soll ich denn einem abnehmen, der keine Kohle hat, ja, so, Shalom hat immer so um die 160 Dollar pro Stunde aufgerufen, im Vergleich zu anderen, wenn ich jetzt so mitkriege, die nehmen so 250 Dollar aufwärts, ähm, ja, aber darum ging's mir nicht, aber ich hab dadurch natürlich auch richtig geile Kontakte geknüpft, und um das ging's mir, und deswegen konnte sich Shalom ja damals auch, eigentlich heute, weiß ich nicht, heute auch noch, äh, ein Sausal ist halt frei bewegen, ja, mit einem Anzug und einer Kippe in der Hand. Wie gesagt, das hat er in der Vergangenheit wirklich so oft gemacht, dass er da einfach spazieren gegangen ist, immer wenn er einen Anruf gekriegt hat, ich bin spazieren, wo? Ja, im Süden. Und, ähm, ja, weil ich da eigentlich, oder, Shalom halt, ja, ähm, ja, alle wichtigen Leute kannte, ja, ich hab's entweder hab ich sie vertreten, oder wir haben irgendwo, ähm, ja, trotzdem miteinander gut, äh, kommuniziert, und jeder wusste vom anderen Bescheid, und alle hatten ein Auge auf, äh, Shalom, also haben auf ihn aufgepasst, ja, äh, weil sie natürlich wussten, im Notfall ist er da, und, äh, versucht sie aus der Scheiße zu holen, wenn's möglich ist, ja, und, ähm, das ist halt, ähm, auch wichtig, ja, weil das fördert ja auch meinen, oder das sollte ja meinen RP fördern, aber wie gesagt, ähm, da sind wir wieder im, ähm, im Strudel, ja, wo wir uns dann wieder drehen und wieder drehen und wieder drehen, und, ähm, ja, eigentlich wieder da sind, wo wir vor, äh, weiß ich nicht, acht Monaten waren. Aber ich meine, ich sag mal so, jetzt mit der, mit der Richtungsgeschichte, Richtung, äh, ähm, Messergeschäft, ich sag mal so, als Waffenhändler, als Shalom Waffenhändler war, hat er keinen Bock mehr gehabt auf das, Messergeschäft, ja, weil das war ja lächerlich, äh, was da abgezogen worden ist, muss ich ganz ehrlich sagen, IC mäßig und auch OOC, ähm, völlig, ähm, unverständlich für mich, ähm, wird jetzt die Fledermaus. Können wir Ihnen sonst irgendwie helfen, Herr Professor Shalom. Retz, vielen, vielen Dank für den Follower und herzlich willkommen bei dem Klugscheißer. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich hab's halt nicht geschnallt, ja, muss ich halt sagen. War für mich halt, ähm, wollte ich halt nichts mit dem System mehr zu tun haben, ja, mit dem System Waffenhandel. So. Aber wie gesagt, ich hab's, ich, ich versteh's einfach nicht. Das ist, also wie gesagt, von dem Verständnis her, ähm, ist das halt bei mir nicht angekommen. Und ja, ich kenn die Bedenken. Wie gesagt, ich kenn das aus der Vergangenheit. Also, wenn sich da nichts Großartiges geändert hat, vom damaligen Team zum heutigen Team, wie sie damit umzugehen haben, ähm, wie sie das gerne handhaben möchten auf dem Projekt mit den Waffen, dann ist das für mich verständlich. Aber dann, dann muss man das anders balancieren, ja. Ja, das ist meiner Meinung nach so, wie es jetzt gerade läuft, dass die schlechteste Option, die es überhaupt gibt, ja, also wirklich die schlechteste, es gibt keine, es, äh, noch schlecht, also wahrscheinlich die, die schlechteste, aller schlechteste wäre tatsächlich gar keine Waffen auf den Server zu bringen, ja. Wäre nur noch, das könnte man nur noch damit toppen, glaub ich. Aber das, so wie es jetzt so angespielt wird, ist meiner Meinung nach, äh, so dünn, ähm, und, ähm, weiß ich nicht. Auch völlig uninteressant, muss ich sagen. Ja, ich hab's über Wochen und Monate dann gemacht und habe ja auch darauf gewartet, dass sich der Erzengel wieder mal meldet, weil er mir ja damals das Angebot gemacht hat, ähm, ja, vielleicht einen bestimmten Bereich, vielleicht, ja, einen bestimmten Bereich von Amphetamin und, äh, MDMA zu übernehmen, zu verticken, äh, aber das ist ja auch schon unglaublich viele Monate her, weil dieses Gespräch hat tatsächlich stattgefunden, noch in dem alten Pfandhaus, ja, also nicht da, wo wir jetzt drin sind, sondern noch das Ding neben der Mega Mall. Äh, jetzt sind wir gleich noch mal, zu Kopf gestiegen bei Napier. Ja. Ja, gut, also ich sag mal so, ähm, prinzipiell bin gespannt, ähm, wie man da jetzt aus dieser Nummer rauskommen will. Eine offiziell legale Anfrage für eine Sache, die tatsächlich auf dem Projekt immer nur als illegal unter der Hand verkauft worden ist. Weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn du schon nicht an eine Knarre kommst, ja, an eine Schusswaffe, dann musst du doch an irgendwas anderes wenigstens irgendwo die Möglichkeit haben, ranzukommen, ja. Du kannst doch nicht, wie gesagt, wir reden hier immer noch von einem legalen Gegenstand, das ist nicht illegal, ja. Ähm, da jetzt so eine Welle zu zu machen, daraus zu machen, verstehe ich halt nicht. Wie willst du denn den kleinen Kriminellen dazu fördern, kleinen kriminelle Geschichten zu machen, ähm, nur mit, ähm, ich halte meine Hand in der Hosentasche und bedrohe dich damit, ähm, mit dem Zeigefinger in der Tasche, oder was? Muss ja nicht immer dafür zu führen, dass die Leute gleich abgestochen werden oder, ähm, zerschnippelt werden oder keine Ahnung, auf was für Ideen man so kommen kann, ja. Aber da sind wir ja wieder bei einem Thema. Ich glaube schon, dass wir hier genug gute Appeler haben, die das, ähm, unterscheiden können. Und wer halt der Meinung ist, das nicht zu unterscheiden zu können, äh, wo halt auch es übertrieben ist, immer gleich eine Waffe einzusetzen, ja gut, dann muss der Support halt kommen und sagen, ey, übertreib's mal nicht, mein Freundchen, ja. Aber gut, ist halt aktuell so. So, genug rumgemeckert heute wieder, aber wieder mal so ein Tag, Sonntag, jetzt ist Sonntag, diese Veranstaltung, äh, von Napier. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hab damals schon als, äh, wie heißt der, die Hanes mich eingeladen hat. Ich hab jede kulturelle Geschichte verpasst auf dem Projekt hier, die mich interessiert hat. Diese, äh, erste Veranstaltung von Napier, seine Geschichte da, dann die zweite Geschichte. Und ich glaube, diese dritte werde ich halt auch nicht mitmachen, weil ich einfach Sonntag, äh, wahrscheinlich überhaupt nicht streamen werde, äh, RP. Äh, ich werde mir die Community-Dings angucken und, ähm, dazu meine Meinung abgeben, zu dem, was da besprochen wird. Aber auf RP, glaub ich, aktuell, ähm, werde ich am Sonntag nicht machen. Wie gesagt, schauen wir mal. Aber, nichtsdestotrotz, wir haben's jetzt 3 Uhr. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen lieben Dank für eure, für euer Interesse und für den ganzen Support heute auch wieder. Ähm, ich schick euch jetzt einfach mal, äh, weil er noch hier in meiner Liste treffen ist, zu dem, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere ihn. Ähm, es gibt Momente, wo ich wirklich sage, ich würde mir gerne mehr von seinen Streams angucken. Aber dadurch, dass er auf demselben Projekt spielt und, äh, in sehr vielen RP-Strängen von mir verwickelt ist, mir das, ja, verwehrt oder ich verwehre mir das selber. Ähm, zu Napier. Lasst mal einen lieben Gruß da. Ja, macht mal seinen Chat so ein bisschen, äh, ramba-zamba. Ähm, haut rein. Und, ähm, wie gehabt, kommt gut durch den technisch gesehen heutigen Samstag. Bleibt gesund, ist das Wichtigste überhaupt. Und, äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder mal reinschaut. Wenn nicht, viel Spaß in der Twitch-Welt, äh, oder in der Internet-Welt. Und...